Freundschaftsspiel – Pass in die Tiefe Willkommen zu einem Freundschaftsspiel mit einem, der früher den Pass in die Tiefe ganz besonders gut beherrscht hat. Andi Herzog, hallo. Hallo, servus. Andi, 103 Länderspiele hast du bestritten, so viele wie kein anderer österreichischer Fußballer. Welches war das Schönste? Ja, es gibt viele, das ist klar. Das war das Erste sicher etwas Besonderes, aber vor allem auch die Spiele gegen Schweden, wo ich zweimal Siegestorger geschossen habe, die dann auch zur WM-Qualifikation gereicht haben, das waren natürlich schon absolute Highlights. Auch das späte Ausgleichstor gegen Israel, das ist natürlich so eine eigene Geschichte mit israelischer Nationaltrainer, aber das waren so die Highlights in meiner Karriere. Dein bitterstes Länderspiel? Ich möchte nicht über ein Spiel reden, sondern das bitterste in meiner Nationalmannschaftskarriere war sicher die WM 98, wo wir als Mannschaft in der Qualifikation super Leistungen geboten haben, aber dann leider auch Verletzungsgrüner, was auch immer. Die WM 98 bei mir eigentlich die größte Enttäuschung meiner Karriere war. Das war für mich eigentlich noch schlimmer, als ich irgendeine Verletzung gehabt habe. 26 Tore hast du erzielt für die österreichische Nationalmannschaft. An welches erinnerst du dich ganz besonders gut? Ja, wie gesagt, an die Tore gegen die Schweden, vor allem das Heimspiel, da bin ich dann auch von der Post auf einer Postmarke verewigt worden, aber 26 Tore klingt natürlich schön, aber wenn der Polster dann nicht immer die ÖF Meter geschossen hätte von Beginn an, sondern ich glaube, ich halte den Rekord und da muss ich schon einmal ernstes Wort mit ihm reden. Aber wie gesagt, das waren schon wichtige Spiele, wichtige Tore, aber das Allerschönste war sicher das beim Heimspiel gegen die Schweden. Das war ja dann praktisch auch das Ticket für die Weltmeisterschaft 98 in Frankreich. Was bedeutet es für dich, Rekord-Nationalspieler deines Heimatlandes zu sein? Schon als Kind hast du einen Traum, dass du einmal Fußballer wirst, dass du vielleicht einmal in der Nationalmannschaft spielen kannst. Das war das Größte. Dann waren aber auch viele Phasen während meiner Nationalmannschaftskarriere, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt glaubt es nicht so, oder man hat mit dem Nationaltrainer, mit Herbert Prohasco, weil ich auch zwei, drei Mal Unstimmigkeiten gehabt habe, anscheinend ist es an mir als Spieler gelegen. Jetzt als Trainer sehe ich das natürlich anders. Früher, als ich noch aktiv war, waren natürlich immer wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, aber es ist jetzt Schnee von gestern. Fakt ist, dass es schon relativ schwer ist, dass du einmal 100 Länderspiele erreichen kannst, weil sonst hätten sie auch schon vor mir Spiele erreicht. Ich denke aber, früher oder später wird der Rekord auch irgendwann einmal gebrochen, weil sich das ändert sich ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und die Auslösung, also die Qualifikationen, es gibt mehr Spiele als früher. Ich denke einmal in den 50er, 60er Jahren hat es ein fantastisches Spiel in Österreich gegeben, aber da hat es noch weniger Länderspiele gegeben. Durch das ist das natürlich auch von Generation zu Generation ein bisschen verwässert, aber ich bin trotzdem stolz, dass ich der Erste war, der die 100 Länderspiele geknackt hat. 103 Länderspiele, der Toni sagt immer, Herzl, du hast nur drei gute und 100 waren für die Würste, aber wenn ich so schlecht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht 103 geschafft. Dein Vater war Fußballer, Anton Burli Herzog. Welchen Anteil hatte er daran, dass du Profifußballer geworden bist, dass du eine so tolle Karriere hingelegt hast? Ja, ich meine, der eigene Vater will natürlich für dich als Spieler immer nur das Beste, das ist klar. Und er hat mich von klein auf auch trainiert, hat meinen Charakter, meine Wesenszüge, meine Spielstärken und Schwächen natürlich besser gekannt wie jeder Trainer. Durch das war er für mich der wichtigste Ansprechpartner. Ich habe eine Phase einmal gehabt in Werder Bremen nach dem ersten Jahr, sind wir Meister geworden im zweiten Jahr, habe ich dann zum ersten Mal ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, und dann war er einmal, zweimal beim Training zuschauen und hat mir nur zwei, drei Kleinigkeiten gesagt, wo er gesagt hat, es ist jetzt logisch, warum du nicht so gut spielst, weil du machst das und das falsch. Und das waren für mich eigentlich ganz wichtige Informationen, wo es dann wieder um einiges besser geworden ist. Für einen jungen Spieler vor allem ist es auch wichtig in schwierigen Situationen, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du dir 100% vertrauen kannst und der auch das miterlebt hat. Also er hat ja aus der eigenen Erfahrung viel Wissen mitgebracht, was er früher falsch gemacht hat, was er gut gemacht hat. Und dementsprechend hat er mich auch in die eine oder andere Situation hineingepresst oder gedrückt, wo meine Mutter gesagt hat, Burle, was machst du jetzt eigentlich? Oder Toni, was machst du jetzt, mein Andi? Das hast du ja früher auch nicht gemacht. Und er hat gesagt, ist ja ein bisschen leise, ich weiß ganz genau, meine Fehler von früher, da möchte ich das jetzt beim Andi vermeiden. Und das hat mir natürlich schon sehr geholfen. Also du bist praktisch mit Fußball aufgewachsen. Fußball war alltäglich in eurer Familie? Ja klar, mein Vater war jetzt nie Profi, weil er nebenbei gearbeitet hat, hat bei der Atmira gespielt. Bei Austria war er ein richtig guter Spieler, wacker wie ihn. Viele haben gesagt, dass er talentierter war wie ich, ein bisschen fauler. Kann ich mir nicht vorstellen. Noch fauler? Nein, aber es war halt eine andere Zeit, das ist ganz klar. Und ich bin von klein auf oft beim Training dabei gewesen, bin nicht in den Kindergarten gegangen. Also war ja am Vormittag öfters bei den Trainingseinheiten dabei und bin in der Südstadt quasi aufgewachsen. Bei der Atmira? Bei der Atmira, ja. Für die du eigentlich nie als Profi gespielt hast. Tut dir das leid? Nein, das ist nicht. Ich meine, da tut mir genauso leid, dass ich nie für Real Madrid gespielt habe oder für AC Milan. Nein, aber wie gesagt, von klein auf bei der Atmira hat man natürlich dann schon eine Verbundenheit. So wie zu allen anderen Vereinen, wo ich gespielt habe, da hat man dann schon ein besonderes Verhältnis. War dein Vater dann auch Ratgeber für dich, als du schon die Trainerkarriere eingeschlagen hattest? Ja, wir plaudern viel über Fußball, weil ich denke, dann bin ich auch 50. Oder meinst du vor zehn Jahren oder was? Am Anfang wird man halt ein bisschen darüber diskutieren. Aber der Fußball verändert sich ja schon sehr. Und er hat natürlich schon ein sehr, sehr gutes Auge für den individuellen Spieler, seine Stärken und so. Da sicht er schon noch extrem viel, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Aber vom Taktischen her und so, das hat sich in den letzten Jahrzehnten so verändert. Da muss man schon auch immer wieder als Trainer am neuersten Standpunkt sein. Da muss man sich auch weiterentwickeln, das ist ganz logisch. Du hattest nur einmal in deiner Karriere einen Manager, das war Skandafani. Ansonsten hat das dein Vater für dich erledigt. Hat er seinen Job gut gemacht? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also wie gesagt, ich wusste, dass mein Vater für mich alles zu 100 Prozent erledigt, weil die Vaters-Sohn-Beziehung ist natürlich ganz was Besonderes. Es hat schon Situationen gegeben, einmal bei Bayern München, wo meine Eltern in München verhandelt haben in einem Hotel. Und da war meine Mutter auch dabei und dann ist es halt ums Geld gegangen. Und mein Vater war halt schon ziemlich direkt und hat halt anscheinend viel verlangt. Und meine Mutter und die Bayern-Verantwortlichen haben gesagt, der Hönes und der Rummenigge, sie müssen kurz rausgehen, müssen sich das überlegen. Und dann hat meine Mutter gesagt, Toni, anzeige dir, wenn du den Andi jetzt die Chance verhaut hast, weil du zu viel Geld verlangt hast, dann hast du ein Riesenproblem mit mir. Zwei Minuten später kommen die Bayern-Verantwortlichen rein und sagen, hey Herzog, alles ist okay, also der Vertrag passt so. Und dann habe halt ich gesagt, Papa, du hättest mehr verlangen können, sonst hätten wir ein bisschen länger verhandeln können. Wobei, ich könnte jetzt sagen, dann hättest du dir einiges erspart bei Bayern München. Nein, erspart nicht. Das war schon ein schweres Jahr, aber es war ein extrem lehrreiches Jahr. Es war auch ein schönes Jahr, auch wenn es für mich persönlich schon ziemlich hart war. Das ist gar keine Frage. Aber es ist einfach so, du hast deine Träume als Kind und dann sieht man aber auch, dass selbst wenn man dann dort ist, wo man sich immer mal wünscht, siehst du aber auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und da muss man sich auch durchsetzen können, durchbeißen können. Und da habe ich am Anfang ein bisschen zu viele Fehler gemacht, zu viel Respekt gehabt. Und das war dann eigentlich schon der Anfang vom Ende von mir bei dem einen Jahr von Bayern München. Reden wir gleich über die Geschichte mit Oliver Kahn, dann haben wir hinter uns. Wie oft hast du dir das schon erzählt? Sehr, sehr oft. Selbst in Deutschland bei jedem Interview werde ich danach gefragt. Schau, das war eine Situation, was mein Stellenwert in der Mannschaft auch gezeigt hat in dem Augenblick. Er ist ein extrem ehrgeiziger Tormann gewesen. Ich habe einen Fehler gemacht beim Spiel, aber trotzdem ist das eine Situation, die mir natürlich im Mainstanding in der Situation überhaupt nicht geholfen hat. Dann ist auch noch die Bayern-Verantwortlichen gekommen und haben ihm auch noch bestätigt. Hörnest du den Umarneke damals in der Kabine? Richtig, in der Pause. Dann ist der Otto Rehagl auch noch hergekommen und hat gesagt, Andreas, sie sind ausgetauscht. Also sie können hier draußen bleiben oder hier drinnen bleiben in der Kabine. Und da weiß ich noch ganz genau, der Didi Hammann hat eine rote Karte gekriegt, mir waren ein Mann weniger. Und ich habe eigentlich drei, vier gute Aktionen gehabt, so nach vorn mit guten Pässe, Chancen kreiert und habe dann einen Fehler gemacht hinten, wo der Giovanni Elber zum Glück verköpft hat von drei, vier Metern. Und dann ist eben der Rempler gekommen. Aber das war dann eine Situation in der Pause, wo ich zum Alli hingegangen bin. Ich habe gesagt, pass auf, so geht das nicht. Einmal noch und es wird irgendwann einmal in Zukunft scheppern. Und dann sind halt alle gekommen, verantwortlichen Trainer, Hönes, Rummenigge, haben gesagt, ja, er hat schon recht gehabt, ich hätte schon lange einmal so einen aufs Maul gehört auf die Art. Und dann habe ich mir gedacht, wo bin ich denn da, ich meine, dass du für 60, 70.000 Zuschauern so bloßgestellt wirst von einem Mitspieler, das geht normal gar nicht. Dann noch der Austausch dazu und ich habe die Dressa gehabt, noch die Stolzschuhe und habe mich hinter mir zum Didi Hammann ins Warmwasserbecken reingehaut, bin eine Minute untertaucht. Und ich habe mir gedacht, leck, ja, allemal am. Und das war für mich klar, dass ich dann wieder weggehe. Und ehrlich gesagt, das war für mich ein bisschen dann eine Befreiung. Abgesehen davon, dass der Alli, als einer der wenigen gekommen ist, der gesagt hat, Andi bleib, weil das erste Jahr ist für jeden Spieler, vor allem für einen Offensivspieler, in Bayern extrem schwer. Das ganze Umfeld, der Druck, die Medien und so, habe ich gesagt, Ali, das ist nett, dass du das sagst. Aber ich habe mich jetzt schon entschieden, ich möchte unbedingt wieder weg, weil ich glaube nicht, dass ich da noch einmal so von meiner Art Fußball zu spielen, dass ich die Lockerheit noch einmal finden werde. Bist du in Wahrheit auch bei Bayern deshalb gescheitert, weil du irgendwie das Liebkind von Otto Rehagl warst, der dich damals von Werder Bremen mitgenommen hat? Ja, es war schon so, ich meine, ich werde nie irgendwas Schlechtes über den Otto sagen, das ist klar. Wir haben ein ganz enges Verhältnis gehabt und es war halt oft so, wenn er in der Mannschaft was erzählt hat, dass er nächsten Tag in allen Zeitungen gestanden ist und das hat er halt aus Bremen so nicht gekannt. Und durch das hat er natürlich mir am meisten vertraut von allen und wenn irgendwas war, wollte er immer mit mir sprechen. Aber das haben die anderen Spieler natürlich auch gesehen und haben sich gedacht, okay, jetzt spricht er wieder nur mit seinem Ziehsohn unter Anführungszeichen. Und zum Schluss war es schon so schlimm, da haben wir Auswärtsspiel gehabt, irgendwo im Europapokal, ich glaube in Nottingham oder wo, und dann stehen wir am Flughafen und wir warten beim Gepäcksförderbauen. Und ich stehe allein dort und sehe schon, wie er kommt, wie er schaut, wo ich bin, weil er mir wieder was erzählen will nach dem Flug. Und dann ist er so, um die Seite gekommen und ich bin ihm an der anderen Seite davor geredet. Also wir sind zwei oder dreimal um das Förderband gelaufen, weil ich genau gewusst habe, er will mit mir sprechen, weil er halt auch seine Probleme gehabt hat. Aber ich kann nicht immer nur unter vier Augen mit ihm sprechen, weil das macht einen ganz schlechten Eindruck bei meinen Mitspielern dann. Also das war irgendwie auf der einen Seite, dass ich meinen Trainer so schätze und so ein super Verhältnis habe, aber auf der anderen Seite, dass du dann innerhalb der Mannschaft natürlich auch nicht gerade einen Vorteil daraus hast, das war auch dann logisch. Otto Rehagl wurde dann ja während der Saison auch abgelöst, Franz Beckenbauer hat dann interimistisch übernommen. Hattest du unter ihm keine Perspektive, vielleicht doch bei Bayern bleiben zu können? Nein, das war dann schon so die Phase, wo ich gewusst habe, ich gehe einfach weg. Und da war dann eine Pfeifen mit Nix-Mentalität und da war ich eigentlich wieder ganz gut in Schuss, weil ich gewusst habe, okay, jetzt habe ich nichts mehr zum Verlieren, jetzt gebe ich Vollgas. Und dann war eine Situation, haben wir gespielt in Bremen und wir haben ja noch einen Mastertitel gespielt. Und dann ist der Beckenbauer zu mir hergekommen und hat gesagt, du Wiener, ich muss mit dir kurz ein bisschen was besprechen. Habe ich mir gedacht, wenn die letzten Trainingseinheiten wieder besser waren, werde ich wahrscheinlich spielen. Gegen deinen Ex-Klub? Gegen einen Ex-Klub in Bremen, in meinem ehemaligen Stadion, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe. Und dann spricht er mit mir, sagt er, damals waren nur 16 Spiele erlaubt zum Umziehen. Habe gesagt, wir sind leider 17, du bist der 17. Und da ist natürlich für mich dann schon eine Welt zusammengebrochen und das hat mich noch einmal bestätigt, dass es besser ist, so schnell wie möglich wegzukommen. Dann war aber eine Situation im Stadion, wo ich rausgekommen bin und dann haben mich auf einmal die Werder-Fans ausgepfiffen. Und ich habe mir gedacht, da brauche ich jetzt auch nicht her, weil jetzt haben sie mich in München ein Jahr geschimpft, wenn ich gleich in Bremen auch wieder geschimpft wäre. Also das war kein super Start. Und ich drehe mich um, drehe mich um und hinter mir geht der Hönes und der Beckenbauer. Und ich habe mir gedacht, hat das jetzt mir gehalten oder war das vielleicht für die zwei? Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe Zeit, weil ich bin ja nicht umgezogen, habe ja mit dem Spiel jetzt nicht sonderlich viel zu tun gehabt. Und habe dann auf die Pause gewartet, habe alle reingehen lassen und bin dann ein, zwei Minuten später in die Kabine rein und bin genau von Werder-Sektor gekommen. Und da haben sie mich auf einmal zum Feiern angefangen und haben mir zugejubelt und ich bin in die Kabine reingekommen. Ich glaube, Werder hat 2-0 geführt. Und ich habe mich als Bayern-Spieler so gefreut, weil ich einfach wieder den Zuspruch gekriegt habe, der man schon einmal richtig gut hat, da muss ich ehrlich sein. War das für dich dann auch die Initialzündung, um zu sagen, ich möchte wieder zurück zu Werder? Ja, das war schon, weil vorher hätte ich schon ein bisschen Skepsis gehabt, weil ich mir dachte, okay, wenn das jetzt wieder losgeht, Werder hat ihn Rudolfo Cardoso verpflichtet gehabt anstelle von mir, weil ich bin ja zu den Bayern damals gewechselt. Sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, Nummer 10, Linksfuß. Und dann ist eben der Mario Basel auf die Idee gekommen, der Herzog will wieder zurück, ich will zu den Bayern, lass uns einfach in den Tausch machen. Und dann ist es relativ schnell gegangen. In diesem Jahr in München hast du aber Jürgen Klinsmann kennengelernt. Inwiefern war von Anfang an klar, dass ihr beide euch gut versteht? Ja, er war ja in München, was weiß ich, einer der Superstars. Und wir haben jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Ich denke, am Spielfeld haben wir schon ganz gut harmoniert. Mit meinen Stärken habe ich halt auch mit meinen Tore, Vorbereitungsmöglichkeiten, mit meinen Bessern, mit meinen Ideen, habe ich ihm schon das eine oder andere Tor aufgelegt. Und wir haben so ein relativ gutes Verhältnis gehabt, aber nicht jetzt so ein enges. Das ist eigentlich erst dann entstanden, wie er 2004 Berater war von Los Angeles Galaxy, also Berater vom General Manager von Doug Hamilton, und mich dann geholt hat, mein letztes Jahr in der Karriere noch einmal in Amerika zu spielen. Ab dem Zeitpunkt waren wir natürlich schon sehr, sehr eng miteinander verbunden, haben uns noch mehr schätzen gelernt, und dann sieht man ja, dass er mich wieder geholt hat als Trainer nach Amerika. Der FC Bayern war ja in dem Jahr, in dem du dort warst, ein Star-Ensemble, der FC Hollywood. Da gab es viele Kröppchen in der Mannschaft. Stimmt es, dass es da die Matthäus-Kick gab, die Klinsmann-Kick gab? Nein, ich glaube, das waren beide Superstars und Einzelgänger. Natürlich hat der eine oder andere sich mehr zu der Gruppe hingefühlt, zu der. Dann hat es noch gegeben, die Gruppe mit Thomas Helmer, wo viele junge Spieler dabei waren, und dann so die Gruppe mit Emil Kostadin auf Schaubjabber Bayern, die erzeugt die drei Ausländer, unter Anführungszeichen die drei Legionäre, die eigentlich nirgends dazugehört haben. Und ich wollte jetzt auch nicht mich da irgendwo anschließen. Ich wollte einfach so sein, wie ich bin, dass ich mich mit jedem gut verstehe. Und das war eigentlich schon von Anfang an wahrscheinlich auch ein großer Fehler. Die Gruppe Oliver Kahn gab es nicht? Nein, der war einfach aufgrund seiner Leistung und aufgrund seiner Qualität von jedem hoch akzeptiert. Und als Torhüter bist du ja ein bisschen Einzelgänger. Natürlich war er einer der Leader in der Mannschaft, weil er mit seinen hervorragenden Leistungen uns extrem viele Spiele gewonnen hat. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie da eine Gruppe rund um sich gehabt hätte, dass er da irgendwie ein Wortführer ist. Aufgrund seines Naturells, seines Ehrgeizs, war er da eigentlich ein ganz allein geborener Leader. Wie knapp dran war es eigentlich damals in Stuttgart? Hättest du ihm möglicherweise auch eine anschieben können? Nein, da war ich nicht knapp dran. Also in dem Augenblick war ich einfach am Anfang einmal nur froh, dass nach meinem Fehler, wo ich den Ball in der eigenen Hälfte verloren habe, mit der Flanke zum Giovanni Elber, der damals noch bei Stuttgart war, dass der von ein paar Meter verköpft hat. Und dann habe ich mich halt umgetreut und habe mir gedacht, das hätte jetzt noch gefällt, ein Gegentor nach so einem Fehler von mir. Und war froh, dass der halt vergeben hat. Und in dem Moment bin ich schon durchgerüttelt worden, habe heute noch ein bisschen ein paar Nackenwirbel herausschen. Nein, aber im Endeffekt ist das dann irgendwann einmal wieder vergessen, gar keine Frage. Aber auf den Sinn, also das hätte ich nie einen Sinn gehabt, dass ich da jetzt am Spielfeld mit einem Kollegen zum Kämpfen oder zum Raufen anfange. Das geht ja nicht, weil wir haben schon auch rote Karten gehabt. Wenn sie dann noch zwei Schläge ankriegen, die zwei noch die rote Karten und zu acht, das hätte natürlich einen super Eindruck hinterlassen. Nervt es dich, ärgert es dich, kränkt es dich vielleicht auch ein wenig, dass du auch 24 Jahre später immer noch darauf angesprochen wirst? Jetzt nicht mehr. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil in meiner Situation war das einfach noch so, ein Spieler, Nummer 10, ein Spielmacher, der braucht viel Selbstvertrauen, braucht Akzeptanz von den Mitspielern, dass er halt viele Bälle bekommt. Und das waren halt für mich Zeichen, wo ich gewusst habe, okay, ich habe die Akzeptanz in der Mannschaft, ich war gar nicht, weil es den anderen Spielern auch Fehler passiert, aber dass gerade ich dort durchgepattelt werde, hat natürlich mein Standing innerhalb der Mannschaft nicht gerade verbessert. Und dann war für mich aber auch klar, ja, es war ein Traum für mich, dass ich bei einem Top-Klub einmal vielleicht spielen kann in der Welt, was ja Bayern zweifellos ist, aber dann habe ich mir gedacht, okay, alles ist jetzt auch nicht so super und wenn es nicht sein soll, dann bevor ich irgendwo da im Deppert wäre oder irgendwas mache, was nicht zu mir passt, dann gehe ich lieber wieder. Du bist in diesem Jahr auch UEFA-Cup-Sieger geworden mit dem FC Bayern. Fühlst du dich als Europa-Cup-Sieger, obwohl du dann im Finale nicht zum Einsatz gekommen bist? Also ich habe sicher öfters gespielt, aber aufgrund dessen, dass man im Finale habe ich nicht gespielt, im Semifinale gegen Barcelona beim Heimspiel habe ich noch gespielt. Das war dann gerade so der Übergang Otto Rehagel mit Franz Beckenbauer. Davor habe ich gespielt gegen Benfica Lissabon, und habe beim Auswärtsspiel Tor geschossen. Beim Heimspiel, glaube ich, haben wir 3-1 gewonnen, beim Auswärtsspiel haben wir 4-1 gewonnen. Und ich habe dann eins von den vier Tore geschossen, eine Flanke von rechts, ein schönes Volletor. Die anderen Tore hat alle der Jürgen Klinsmann geschossen. Und dann kommt ein Reporter zu mir aus München und sagt, ob ich mich nicht scheniere oder ob ich mich nicht ärgere, sage ich, warum soll ich mich ärgern, soll ich mich über Tore ärgern? Sagt er, ja, aber weil ich ein Tor geschossen, hat nicht der Jürgen Klinsmann alle Tore gegen Benfica geschossen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, nein, sind die Tepper da in München oder in Bayern. Jetzt freue ich mich, dass ich einmal da schieße, ein persönliches Erfolgserlebnis. Und dann muss ich mich nur entschuldigen. Also wenn ich schlecht spiele, habe ich mich schon entschuldigen müssen. Dann habe ich einmal ein Erfolgserlebnis, hat einem auch nicht gepasst. Also da sieht man schon, dass in den Jahren so nicht alles unbedingt für mich gelaufen ist. Und das war dann für mich auch klar, gegen das will ich nicht alles ankämpfen. Da habe ich auch irgendwo eine Chancenlosigkeit gesehen. Und das habe ich dann, kann man sagen, eine Schwäche oder auch nicht. Aber ich habe immer gedacht, okay, dann gehe ich einfach wieder. Und im nächsten Jahr habe ich dann auch wieder richtig gut gespielt bei Werder. Bevor wir noch über deine Zeit bei Werder Bremen reden, gehen wir noch einmal zurück an den Beginn deiner Karriere. Du hast dein erstes Länderspiel im Jahr 1988 bestritten, 2 zu 2 in Griechenland. Und der Josef Hikersberger, damals als Wiener Spieler, und der hat dich damals einberufen, obwohl du noch ein paar Bundesligaspiele absolviert hast, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, also bei Rapid, glaube ich, 2 oder 3 von Beginn an. Dann bin ich zu Wiener gewechselt, habe dann 3 oder 4 von Beginn an gespielt, habe 3-mal ein entscheidendes Tor geschossen. Dann hat er mich kleinberufen, weil er mich auch gekannt hat von der U21. Vorher war er mit ihm Chef in der U21. Hat mir einfach blind vertraut. Das haben nicht viele in Österreich gemacht, weil ich glaube, er hat mir dann Jahrzehnte später erzählt, dass er in Peppermau, den damaligen Präsidenten, vier Seiten lang einen Brief schreiben hat müssen, warum er mich schon einberufen hat. Und im Endeffekt sagt er, so wie ich heute, also falsch ist er nicht gelegen, weil 103 Länderspiele so blind kann er nicht gewesen sein. Josef Hikersberger hat dich immer wieder begleitet in deiner Karriere als Teamchef natürlich. Er war dann auch dein Chef, du sein Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Was zeichnet ihn aus als Trainer, als Mensch? Ich denke, dass er bei der WM 1990 und in der Qualifikation davor schon ein anderer Trainer war und ein bisschen härter auch gegen die meisten Spieler wie in seiner zweiten Karriere, kann man nicht sagen, in seiner zweiten Ära als Nationaltrainer, wo er dann schon ein paar Jahre davor in Arabien gearbeitet und gelebt hat. Also da war er dann schon ein bisschen relaxter, hat natürlich den Sinn und wie man die Mannschaft zusammenstellen muss, wie man die Spieler richtig anspricht und wie man es motiviert und wie man ihnen in gewissen Situationen helfen kann, dass der Spieler alles für die gibt. Das hat er dann schon sehr, sehr gut können. Er ist auch mit Rapid Meister geworden. Also er hat sich als Trainer schon ein bisschen verändert, aber das ist auch sicher aufgrund seiner langjährigen Erfahrung an dem Ausland gewesen. Und das ist ja nicht unbedingt der Nachteil, wenn du das eine oder andere im zunehmenden Alter ein bisschen relaxter siehst, aber trotzdem auf die wesentlichen Dinge extrem fokussiert bist. Dein Trainer bei der Vienna war damals Ernst Dokobil. Du warst ein halbes Jahr bei diesem Klub. Trotzdem, welchen Stellenwert hat diese Zeit bei der Vienna für deine gesamte Karriere? Ganz anhochen. Ich glaube, wenn ich nicht das halbe Jahr bei der Vienna gespielt hätte, würde ich heute noch bei Rapid auf der Bank sitzen. Mit 51 Jahren hätte man wahrscheinlich immer wieder 15 Minuten gespielt. Da darfst du uns nicht vergessen, Rapid war damals zweifach ein Meister und hat eine super Mannschaft gehabt. Super ältere Spieler mit viel Erfahrung und als Junge war es da extrem schwer, einfach von Beginn an spielen zu können. Und dann kommt die Stadthalndin, auf einmal kommt der Ernst Dokobil zu mir, der mich schon von klein auf kannte, durch die Südstadt früher bei der Myra, kommt zu mir und sagt, nein, du willst nicht zu uns kommen. Ich will dich unbedingt holen. Sag ich, ja, ich würde schon gehen. Ich habe dann auch mit meinem Vater gesprochen. Mein Vater war fast ein bisschen dagegen und über. Ich habe gesagt, nein, nach dem Gespräch mit dem Dokobil habe ich so ein gutes Gefühl, ich möchte unbedingt hingehen. Und dann hast du das erste Spiel und hast eine Besprechung, wo du früher bei Rapid eigentlich immer nur einmal spielen dürfen, dann wieder drei Spiele, dann einmal zehn Minuten und so. Das ist ja nicht gerade unbedingt ein Vertrauen von einem Trainer, was auch logisch ist. Und dann kommt meine erste Besprechung bei Vienna und ich habe mir schon gedacht, jetzt bin ich gespannt, was der Dokobil von mir erwartet für das Spiel da. Und auf einmal sagt er, was soll ich dir viel sagen? Mir hat das ewig Spaß gemacht, wenn ich die Sichtfußball spiele. Und ich spiele genauso, wie du immer spielst. Nimm dir die Bälle, Trippe, überspiel die Gegner, schießgau und so. Und das war für mich einfach eine Art Befreiung, weil das war der Erfolgstruck oder der Druck, über den Limit zu spielen bei Rapid, dass du vielleicht gegen die guten, erfahrenen Spieler mal eine Möglichkeit hast, auf einen Stammplatz oder eben in einer jungen Mannschaft, so wie Vienna, viel weniger zu Druck haben, aber befreit, da dann einfach Top-Leistungen zu bringen, war natürlich in meiner Phase damals schon extrem wichtig. Und da war der Ernst Togopil für mich der Trainer, den ich mir sicher nicht besser vorstellen hätte können. War das dann auch dein Karriere-Boost, weil du eben zu Rapid dann als Shootingstar zurückgekehrt bist, als Neo-Teamspieler? Absolut, ich meine, ich bin dann zurückgekommen als Nationalspieler, als eines der größten Talente in Österreich und das dann schon als ein eigenes Stellenwert. Von dem eigenen Nachwuchs, als Juni 1, U21, hast du als ein Stallgeruch, da hast du noch nicht so den Respekt, wenn du dann aber weg bist und zeigst einmal richtig auf, hast natürlich schon ganz eine andere Akzeptanz und dann aber auch einen anderen Stellenwert gehabt. Im Verein, in der Mannschaft, weil der Verein ja damals finanziell auch nicht so gut gebetet worden, da haben wir schon gewusst, okay, da haben wir jetzt einen Jungen, wenn der weiter sich so entwickeln kann, wahrscheinlich einmal ein bisschen Geld verdienen, was mit den Alten davor nicht mehr so verdient hätten. Ja, die Alten waren damals eben weg aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des SK Repeat. Viele junge Spieler haben in dieser Mannschaft gespielt, Peter Schöttl zum Beispiel und so weiter und so fort, Heimo Pfeifenberger, wie sie alle heißen. Es gab auch einen damals noch jungen Trainer, Hans Krankel. Wie war denn so? Nein, für uns, wir waren ja lauter junge Spieler, ein Rotspum quasi und da haben wir uns nichts Besseres vorstellen können, wie ein Idol von uns in Hans Krankel als Trainer zu haben und es war schon richtig brutal. Also die Trainingseinheiten hat man gesehen, wenn ein Spieler, glaube ich, es gibt jetzt so das Sprichwort, wenn ein Spieler ein bisschen fauler war beim Training und jetzt er gerne Rennen hat wollen, hat man das als Trainer dann umgedreht. Also der Trainer Hans Krankel, der hat uns Rennen lassen, das war der Wahnsinn. Er ist mit dem Porsche im Berg rauf gefahren und hat gesagt, in 20 Minuten ist er je da oben. Wir sind raufgehechelt, sind oben angekommen und hat gesagt, so kurze Pause, jetzt rennt ihr wieder runter. Er ist mit dem Auto wieder runter gefahren, unten wieder rauf. Also der hat uns schon richtig brutal hergenommen, aber ich glaube, in dieser Phase, wenn der gesagt hätte, wir sollen vom Flugzeug ohne Falschirm springen, mit dem Krankel so vergötet, hätten es ein paar Spieler von uns auch gemacht, weil wir ihm einfach blind gefolgt sind durch die ganze Euphorie, die da entstanden ist. War das vor allem in den Europacup-Spielen zu sehen? Hat man schon gesehen. Also in der Meisterschaft war es teilweise so, dass wir auch richtig gute Spiele gespielt haben, aber da hat uns einfach die Konstanz gefehlt. Das ist klar, wenn du sehr, sehr viele junge Spieler hast und damals war die Austria extrem stark, FC Tirol extrem stark, da haben wir auf Dauer nicht mithalten können. Aber in den Europacup-Spielen sind wir oft über uns hinausgewachsen. Wenn man bedenkt, die zwei Spiele gegen Inter Mailand, also das waren sicher absolute Highlights von jedem Spieler von uns in der Karriere, die da am Platz gestanden sind. Also das war schon absoluter Wahnsinn und das war schon auch die Art und Weise, wie uns der Trainer Hans Krankel da einfach gepusht hat. Das war im Jahr 1990 dann gegen Inter Mailand nach Verlängerung ausgeschieden, in Verona damals, weil das San Siro-Stadion für die WM 1990 eben umgebaut wurde, das Heimspiel, 2 zu 1 gewonnen, dann 1 zu 3 nach Verlängerung auswärts verloren. Da schützt er Jürgen Klinsmann zu 3 zu 1. Genau. Das habe ich ihm oft bitter vorgehalten. Danach soll sich etwas zugetragen haben in der Kabine. Du sollst einen kurzen Besuch in der Inter Mailand-Kabine gehabt haben. Stimmt die Geschichte, dass du sofort ein Angebot erhalten hast von Inter? Ja, jetzt kann ich es erzählen. Damals habe ich mir es nicht erzählen, weil es war so, dass wir halt enttäuscht waren, weil der englische Schiedsrichter sicher von den Italienern angestochen war. Das war damals das Gang und Gebe. Das ist jetzt durch Wahr endlich weg, dass die Schiedsrichter nicht irgendwelche Entscheidungen treffen können, immer zugunsten des größeren Vereins oder der halt mehr Geld hat. Wir haben zwei rote Karten gekriegt, der Petzl-Robert ist ausgeschlossen worden, dann in der Verlängerung gleich der Heimo Pfeifenberger, der statt Robert Petzl als Manntegger dann hinten gespielt hat. Und wie wir das 2 zu 1 geschossen haben, kurz vor Ende des Spiels, ist der Schiedsrichter einmal schlecht geworden, weil der hat sich gedacht, was ist denn jetzt los? Er hat geglaubt, das ist alles okay. Inter Mailand gewinnt 2-0 ein bisschen weiter. Auf einmal geht es in die Verlängerung, dann hat er nur drauf gewartet, dass er gleich wieder rote Karten austeilen kann für uns, dass er halt da ein bisschen mit an Einfluss nehmen kann. Und wir waren halt alle enttäuscht, weil wir uns schon ein bisschen betrogen gefühlt haben. Und wir sind alle in die Kabine gekommen und haben gewarnt aufgrund der Enttäuschung. Ich habe dann raus müssen zum ORF-Interview und habe halt auch über den Schiedsrichter geschimpft und unsere Leistung irgendwo schon hervorgehoben. Und wie dann wieder runter geht ins Stadion, auf einmal möchte ich zu uns vorgehen, den Gang in die Rapid-Kabine und auf einmal ziehen sie mich in einen Raum rein, war das die Inter-Kabine und auf einmal sagt, ich weiß bis heute nicht mehr, wer das war, irgendein Sportdirektor oder was von Inter-Mailan, Mr. Herzog, we would like to see you soon in Italy. Und ich habe gesagt, naja, und wie? Und hin und her, sie wollen mich verpflichten. Und das hat der Dr. Fani auch gesehen, damals Rapid-Präsident, mein Manager, ist reingekommen in den Raum und hat gesagt, Andi, geh die duschen, ich übernehme das für dich, ich kläre das für dich. Nein, ich bin in die Kabine reingekommen. Die anderen haben alle noch gewarnt wegen der Enttäuschung und ich war der Einzige, der sich gefreut hat. Hast du dich schon im Inter-Trikot gesehen? Ich habe mich im Inter-Trikot gesehen. Am Anfang, zehn Minuten vor, habe ich noch bitterlich gewarnt, wie ein kleiner Schulbaud einen Fünfer gekriegt hat oder was, oder wie, wenn du vom Christbaumanns nicht dein Wunschgeschenk gekriegt hast. Und auf einmal war ich kurz vor dem Transfer zu Inter-Mailan und ich glaube, die Spieler werden sich auch gedacht haben, was ist mit denen jetzt los, warum grinst du schon wieder so? Und das war mir sogar ein bisschen unangenehm, aber es hat mich schon sehr stolz gemacht. Gut, hat dann nicht funktioniert, die drei Inter-Legionäre waren damals Andi Brehme, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Richtig, ja, und man wollte mich kaufen und weiterverleihen, glaube ich, zu Polonia oder irgendwo hin und da habe ich dann auch in Absprache mit dem Dr. Fahne gesagt, nein, es war alles gut und schön, aber es wird sich was anderes ergeben. Andi, gehen wir noch ein Jahr zurück in die Europacup-Saison 89-90. Beim Freundschaftsspiel erzählen auch immer wieder weggefährten ehemalige Mitspieler Anekdoten oder stellen Fragen. Heute ist das in deinem Fall Peter Schöttl, dein ehemaliger Mitspieler bei Rapide. Lieber Andi, ich darf dir eine Frage stellen und tue das hier mit. Es geht um die Europacup-Saison 89-90. Unser Trainer war damals Hans Krankel und wir haben unter anderem zwei richtige Europacup-Schlachten gegen den FC Abertein hinter uns gebracht und beim Hinspiel im Hexenkessel in Schottland hast du dich mit der schottischen Legende Alex McLeish angelegt. Alex McLeish seines Zeichens beinharter Innenverteidiger ja, richtig harter Spieler und du warst ja immer ein technisch sehr versierter Spieler der topspielerische Qualitäten hatte nur als dieser begnadete Zweikämpfer und harter Spieler warst du nie bekannt. Es hat uns deswegen alle überrascht wie du dich ins verbale Duell mit Alex McLeish geworfen hast. Meine konkrete Frage ist jetzt was hast du ihm gegen Ende dieses Spiels gesagt? Ich habe es leider vergessen. Bitte hilf mir auf die Sprünge. Danke. So ein falscher Hat er es tatsächlich vergessen? Ich glaube nicht er weiß es ganz genau es war bitter ich war damals noch jung und wollte natürlich auch mal ein bisschen über mich hinauswachsen und das war kurz vor Schluss wir waren zwei eins hinten und es war Eckball für Iverdien und dann kommt der Ball aufs Tor und ich stehe irgendwie im Tor drinnen auf der Linie und der Ball geht mir gegen die Brust und ich will ihn wegschießen und der Alex McLeish kommt und tritt mich mit samt dem Ball über die Linie ich liege hinten im Netz der Schützrichter gibt zum Glück faul für uns wegen hohen gestreckten Beins und der kommt zu mir der McLeish und schimpft mich so und ich hänge im Netz und hupfe auf und sage und wir streiten auf Englisch und ich habe halt in meinem letzten Mut gesagt shut up in two weeks I will in you in Vienna und habe mir gedacht bumm jetzt bin ich aber wieder Hund jetzt habe ich mir einmal was getraut dann zwei Wochen später haben wir gespielt in Wien und ich habe ihm das erste Mal überspielt und der hat mir von hinten eine gegeben und ich bin auf die Schulter geflogen und mir die Schulter leicht luxiert und habe sofort austauscht werden müssen und da hat er gesagt was ist jetzt mit dir du kleiner Trottl so auf die Art schimpf mich nicht weil jetzt hast du die Rechnung präsentiert gekriegt und ich bin gelegen am Spielfeld und habe mir gedacht ja mit einem Profi mit einem richtigen Alter eingesessenen brauchst du eigentlich nicht mehr essen da hast du noch keine Chance und das lustige ist der Alex McLeish war jetzt der schottische Nationaltrainer in den in den Nationals League spielen ich war ein israelischer Nationaltrainer da haben wir wieder miteinander Kontakt gehabt und er hat sich auf das alles noch erinnern können und hat zu mir gesagt dass ich damals in Schottland als weißer Pelle gegolten habe sag ich nicht verwechselst du mich nicht warum es wieder weiße Pelle gewesen sei ich sag dann nein in Schottland haben wir von dir immer der weiße Pelle gesagt gut aber Peter Schöttl hat mir erzählt du warst etwas unruhend in den Tagen vor dem Rückspiel also du hast schon gewusst was dich da erwarten könnte ich habe mir gedacht hoffentlich wird er krank oder irgendwas dass er nicht spielt und dann während dem Spiel denkst du halt nicht drauf dann habe ich halt meine Spielweise gehabt habe mir die Pelle genommen und habe Tempotriplings wieder probiert und dann hat er mir von hinten eben mit einem Sliding Tackling die Füße weggezogen und ich bin voll auf die Schulter geflogen und es waren die Wochen danach also die nächsten zwei Nächte waren ein Horror Schulterverletzung wer das gehabt hat weiß es ist mir die schlimmste schmerzhafteste und danach habe ich wochenlang mit Schmerz Spritzen in der Schulter gespielt und das hat auch nicht sehr gut getan gut ich habe das Rückspiel gewonnen 1 zu 0 seit aufgestiegen habe dann noch Brügge ausgeschaltet und dann kam es im Achtelfinale zum Duell mit dem FC Lüttich 1 zu 0 Heimsieg und dann 1 zu 3 Auswärtsniederlage und dann gab es in der Nachspielzeit diesen legendären Elfmeter den Jan AG Fjordoft vergeben hat im Nebel von Lüttich stimmt es dass du diesen Elfmeter eigentlich schießen wolltest ja klar ich meine ich war schon ein Spieler der gerade in solchen Spielen die Founta übernehmen und habe auch das selbstvertrauen gehabt dass ich da sage jetzt nehme ich den Ball und haue ihn rein und es war so ein Nebelspiel und auf einmal höre ich von draußen wie der Trainer schreit der Hans Schrankl lasst ihn Fjordoft schießen lasst ihn Fjordoft schießen weil der hat ist da geschossen zum 2.1 oder was weiß ich was und hat schon ein Erfolgserlebnis gehabt und ich habe gesagt nein aber normal schieße ich immer ich nein lasst ihn Fjordoft schießen dann ist der Fjordoft angelaufen und hat leider verschossen mit fast meinen Schlusspfiff das 3-2 hätte uns in die nächste Runde gebraucht ins Viertelfinale glaube ich gegen Werder Bremen da waren wir natürlich auch alle enttäuscht aber noch enttäuschter sind wir dass der Jan Aage uns bis jetzt nicht die Siegesprämie ausgezahlt hat der uns damals eigentlich ein bisschen verbockt hat jedes Mal wenn er kommt immer nach Wien häkeln wir das ist das Erste was wir sagen was ist hast du jetzt das Geld mit weil du hast uns ja damals die hohe Siegesprämie alles verhaut aber so ist es im Leben Hans Krankel behauptet übrigens dass Didi Konstantini der gewesen sein soll also sein damaliger Co-Trainer der gerufen hat ich meine ich habe mich schon über den Ball gehabt und habe halt auch diskutiert naiv will schießen und hin und her ich weiß jetzt gar nicht ehrlich gesagt wer geschrien hat ich weiß nur dass es geheißen hat last 10 Jahren schießen weil der hat schon ein Erfolgserlebnis gehabt wie bilanzierst du im Nachhinein deine erste Zeit bei Rapid es gab keinen Titel zwei Cup Finale wurden verloren gegen Stockerau und dann gegen die Austria ja es war es war ich meine wir hätten zweimal die Möglichkeit gehabt zwei Pokalsiege zu holen das Erste war gegen die Austria da haben wir in der Verlängerung verloren da haben wir 1-0 geführt dann hat der Slatko Grantsch einen Elfmeter verschossen das Nächste wieder also es sind schon so entscheidende Momente wo du einmal einen Titel gewinnen kannst oder nicht und da weiß ich noch ganz genau dann war 94. Minute wir stehen in der Mauer Freistoß für die Austria der Ralf Hasenhüttl jetzt Trainer bei Southampton steht vor mir in der Mauer macht so ein bisschen den Handballmann und ich zwicke ihn von hinten in hinten und sage Hasi führ dich nicht zu teppert auf es habt ihr verloren wir sind Cup-Sieger und der Andi Ogris lässt sich den Ballen am linken Fuß am schwächeren aufrollen und fetzt ihm rein 1-1 Verlängerung dann steht es 3-1 für die Austria und wir tun halt und mit Hasenhüttl wieder Diskussion kommt und der Hasi schaut mich an und sagt Herzl tu nicht zu teppen das habt ihr verloren wir sind Cup-Sieger und da haben wir dann natürlich auch beschimpft und beleidigt und das nächste Jahr drauf war eigentlich eine Blamage gegen einen Zweitligisten gegen Stocker Raut haben wir gut ins Spiel gefunden haben 1-0 geführt und dann noch 2-1 verloren das war eigentlich ein Titel das war eigentlich ein Titel den wir uns unbedingt holen hätten müssen in der Meisterschaft war die Austria und der FC Tirol damals sehr sehr stark das bleibt dann auch irgendwie oder von der Trainer-Ära von Hans Krankelbeurer klar es sind oft kleine Nuancen aber es ist halt so in den entscheidenden Spielen mir hat das Trainer auch oft nicht den was kann jetzt ein Trainer dafür wenn wir die entscheidenden Elfmeter verschießen es ist einfach so du tust die Mannschaft einstellt und hoffst an bestmöglichen Erfolg und dann hast du eben so so Höhepunkte wie ein Cup-Finale wo du eigentlich eine Saison mit einem Titel super beenden kannst dann verlierst du zweimal das Finale und im Nachhinein schaut das dann auch eher negativ aus als positiv was auch ganz logisch ist in diese Zeit fällt natürlich auch die Weltmeisterschaft 1990 in Italien du hast alle drei Spiele gemacht für Österreich wie sehr hat dich dieses Turnier damals auch härter gemacht international erfahrener gemacht es war für mich bis dahin bis jetzt wahrscheinlich eines der tollsten Erlebnisse das erste Spiel gegen Italien in Rom von 80.000 waren jetzt nicht 80.000 Italiener im Stadion weil einige viele Österreicher auch dort aber leider aus neben meinem Leben nie wieder auf so einem schönen Platz gespielt wie damals in einem Olympiastadion dann haben wir leider 1-0 verloren sind dann ausgeschieden in der Vorrunde wieder aber das Erlebnis als junger Spieler ich war damals 21 Jahre war schon ein Wahnsinn das war fast für mich noch ein bisschen zu früh weil ich doch ein Spieler war der sich sehr viel Gedanken gemacht hat wenn ich gut war oder wenn ich schlecht war habe ich mir da ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt und dann eben die WM 1998 wo ich 29 Jahre alt war wenn ich mir dachte so jetzt bin ich mein besten Fußballalter jetzt bin ich nicht mehr so nervös oder traue mir viel mehr zu habe viel mehr Erfahrungen das ist dann auch in die Hosen gegangen darum war das für mich eigentlich die größte Enttäuschung in meiner Karriere ist diese WM 1998 wegen deiner Zehe in die Hose gegangen? ich denke ja nicht nur die Zehe sondern beim letzten Spiel Meisterschaftsspiel in Stuttgart habe ich den Ball so geklärt und der Agbo Bore ist mir mit den Stollen genommen jetzt habe ich rechts die Zehen hingekommen links in den Risterabsplitterung Knochenabsplitterung habe tagelang nur Schmerzmittel genommen wollte mich halt für die WM da fit halten und da bereit sein aber ich habe leider nicht die Form gehabt wie noch Monate davor Du hast bei zwei Länderspielen mitgewirkt die verloren gegangen sind die historisch waren für Österreich nicht mehr ich spiele auf zwei Niederlagen an jeweils haben diese Niederlagen auch den Kopf des Teamchefs gekostet Josef Hickersberger Faröa Insel nach der Weihung 1990 01 in Lanzkrona und dann eben März 99 dieses 0 zu 9 in Valencia gegen Spanien am Tag danach war dann die Teamchefera von Herbert Prohaska beendet wie blickst du jetzt mit deiner Erfahrung auch als Teamchef auf diese beiden Ereignisse zurück ja das die erste Niederlage gegen die Faröa war natürlich ein riesen Blamage und wir sind geflogen nach Dänemark nach Lanzkrona oder war das Schweden ich war Schweden Lanzkrona und war einfach die Stimmung vor dem Spiel so sind wir gut gewinnen wir 10-0 spielen wir schlecht gewinnen wir halt 3-4-0 und wir haben in der ersten Halbzeit extrem viele Möglichkeiten gehabt und haben die alle zu einfach vergeben und dann zweite Halbzeit Halbzeit 0-0 dann wirst du schon ein bisschen unruhiger weil du da denkst nein es ist schon besser wenn du mit 1-2 Toren führst weil dann kannst du ja lockerer weiterspielen und dann kommt und dann kommt auf einmal irgendwann 60. 65. Minute der Konter der schießt vom 16er 1-0 die haben einmal aufs Tor geschossen gewinnen das Spiel 1-0 und ich weiß noch ganz genau dass die Täuschung natürlich das war eine Täuschung das ist ja eine Blamage die Ärgste die es damals gegeben hat und dann war ich also der Peter Parkholt und ich waren bei der Toppingkontrolle und der Peter wie es halt oft noch ein Spiel ist kannst du nicht so schnell die Probe abgeben und wollte wieder gehen und der von der UEFA hat sich vor allem hingestellt und hat gesagt nein du darfst den Raum erst verlassen wenn du die Toppingprobe abgegeben hast und der Peter hat mir angeschaut und hat gesagt sag einmal bist du teppert glaubst du dass ich getoppt war wir haben gerade gegen die Faroe-Inseln verloren und da sollen mich noch getoppt sein geputzt ist also es war war Wahnsinn und abgesehen davon dass wir die Spiele natürlich verloren haben und dass es eine Blamage war hat das sicher weil wir waren eine junge Mannschaft damals durch die WM 1990 sehr talentierte Mannschaft schon gewisse Erfahrungen gehabt aber mit dem einen Spiel haben wir uns alles zerstört der Teamchef Josef Hickersberger hat dann aufgehört und dann hat es sicher zwei, drei Jahre gedauert bis wir wieder eine Mannschaft gefunden haben die richtig wettbewerbsfähig war wo man sagen kann wir spielen auf einem hohen Niveau weil einfach viel zu viel getestet worden ist also es sind immer wieder neue Spieler gekommen dreimal von der Mannschaft vier von der und die Mannschaft die der Josef Hickersberger ein, zwei Jahre erfolgreicher aufgebaut hat die hat sich durch die Niederlage gegen die Faroe-Inseln dann einfach zersplittet das ist ganz klar und das hat uns schon sehr, sehr zurückgeworfen Alfred Riedl wurde dann Teamchef und dann ist der große Ernst Hapel gekommen welche Erinnerungen hast du an ihn? Ja er war zu der Zeit leider schon sehr krank aber man hat in jeder Trainingseinheit und in jeder Besprechung gemerkt dass er natürlich schon einen Fußball-Sachverstand hat dass er irgendwie schon vor Jahrzehnten Ideen gehabt hat die vielleicht jedem jetzigen Fußball seit fünf oder zehn Jahren modern sind aber wie gesagt wir haben leider nicht den Erfolg gehabt den sich er wahrscheinlich auch gewünscht hat er hat schon eine gewisse Härte gehabt aber für mich als junger Spieler waren schon auch Situationen dabei wo ich mir schwer da habe weil da waren ein oder zwei Situationen wo er dann zu mir gekommen ist und gesagt hat na was ist Zauberer sollt ihr helfen und ich wollte sagen ja Trainer ich brauche jetzt Hilfe für dich und dann hat er gesagt nein wirst du doch nicht glauben du musst dich selber durchsetzen dann musst du selber durchbeißen sonst wirst du nichts und dann war natürlich auch ein Lernprozess aber er hat genau gesehen während ein oder zwei Spielen wo ich mit einem oder anderen Mitspieler ein bisschen Probleme gehabt habe und dann hat es eine Diskussion gegeben dann hat er mich austauscht war ich stinksauer weil er austauscht worden beim nächsten Ländermatch habe ich mir gedacht okay jetzt bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr dabei weil nach dem Spiel auch was gemacht hat was Herr Happel sicher nicht gefallen lässt und dann ist er gekommen beim nächsten Länderspiel und gesagt Servus Zauberer wie geht sag ich ja gut Trainer danke sagt er was war beim letzten Spiel sag ich nein ich will jetzt nicht drüber reden alles okay und da hat er gesagt soll ich dir helfen und ich wollte sagen ja bitte und er hat gesagt nein sicher nicht hilft dir selber und das gleiche hat Jahrzehnte davor der Franz Hasil gehabt bei Fener Rotterdam war damals kein Trainer bei uns bei Rapid hat man natürlich jetzt im Lustigen erzählt man sich dann die Geschichten aber in diesen Situationen ist es halt schon ein bisschen schwieriger wenn einem Spielfeld was passiert mit Mitspielern so was merkst du das ist keine einfache Situation bist du in Unterzahl oder was oder ein bisschen ein Laugh auf dich gestellt dass dann der Trainer ein bisschen hilft aber er hat alles gesehen und hat auch das eine oder andere dann akzeptiert aber durchbeißen hast du selber müssen das ist schon ganz wichtig Trotz allem war ja klar damals dass er schwer krank ist wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen Ja es war schon eine schwierige Zeit natürlich für ihn auch aber für uns war es schon so wir haben immer gehofft bei jedem Training wenn man abfährt weil ich meine teilweise wenn es um vier abfährt zum Training ist der Busch schon zwei Minuten vor vier los gefahren dass ja keiner zu spät kommt weil das hat auch geheißt aber wir haben immer gehofft dass er wieder von seinem Zimmer runter kommt dass alles normal ist dass wir normal zum Training fahren können aber wie gesagt er hatte schon seine Regeln gehabt wir haben Frühstück um sieben in der Früh gehabt Toni Polster hat damals in Spanien gespielt war natürlich gewohnt erst um 22 Uhr zu spielen vielleicht um eins halb zwei in der Nacht essen gehen um drei vier geschllafen schläft bis mittags und am Nachmittag hast ein Training und Toni ist jeden Tag in der Früh zum Training Frühstück wer hat da schon Hunger mitten in der Nacht das gibt es ja nicht und er hat gesagt Zauberer seht dich eh und sei leise also jeder hat die Anerkennung gehabt und hat ihm den Respekt gezahlt also in Ernst Happlmann jetzt nicht den Ton nicht frühstücken und alle hießen Zauberer ja ich weiß jetzt nicht aber das war so wenn er ein bisschen vielleicht sauer war oder wenn er dir ein bisschen schärfer anreden wollte war es ein Spitznamen halt für jeden Zauberer für uns zumindest ich weiß jetzt nicht wie mit den anderen gesprochen Nachfolger von Ernst Happl wurde dann Herbert Prohaska mit dem war es auch nicht immer ganz einfach für dich die Erfolge waren dabei er hat dich dreimal aus der Nationalmannschaft geschmissen Ja dreimal jetzt noch immer nicht wissen warum also warum weiß ich schon weil man hat es ja ausgesprochen aber wie ich die Situation davor lösen sollte und das kann ich jetzt offen und ehrlich sagen weil beim ersten Mal war es glaube wir sind Cupsieger geworden mit Werder Bremen wir schlafen sagt der Junge glaubst du dass du oft Cupsieger wirst wir müssen einmal feiern sage ich nein weil wir haben am Dienstag oder Mittwoch das Spiel war am Samstag wir haben Dienstag oder Mittwoch drauf Länderspiel in Polen freundschaftliches Länderspiel und da muss ich halt wieder aus schlafen sein sagt er vollkommen richtig gehen Sie sofort nach Hause und den nächsten Tag habe ich ein Flugticket reingehen also wir gehen rein auf einmal heißt nein für mich ist leider kein Platz mehr da das gibt es ja nicht die Maschine ist überbucht und ich habe leider keinen Platz mehr jetzt stehe ich dort am Flughafen zum Glück waren meine Eltern auch in Berlin beim Pokalfinale zuschauen mit einem riesen VW-Bus gekommen mit ein paar Freunden jetzt habe ich mich in den VW-Bus geschmissen und bin schnell nach Wien gefahren weil man dachte vielleicht geht es ja aus mittags ist Treffpunkt um zwölf oder um eins und ich habe zu meinem Vater gesagt wie lange fahren wir dann sagt er ich gebe Gas in fünf Stunden sind wir da sage ich Papa dann geht das ist gut dann sind wir über die Tscheche Tschechoslowakei damals glaube ich noch gefahren und sind nicht fünf Stunden gefahren sondern sieben Stunden und damals hat es auch noch keine Handys und so gehen musst anrufen kannst und sagst Trainer ich komme ein bisschen später leider dann komme mit ein oder zwei Stunden Verspätung zum Treffpunkt Gigi Ludwig steht unten der Generalsekretär damals sagt wo bist denn du das ist ja Wahnsinn der Herbert ist voll sauer der hat schon einen anderen nachberufen du bist aus dem Kader entlassen sage ich Entschuldigung ist das mein Fehler wenn die Maschine voll ist ich fahre wie ein Vollidiot mit dem VW-Bus durch Tschechien und jetzt komme ich später ein bisschen aus dem Kader entlassen und ich war dann schon ziemlich direkt da und bin dann zum Prohaska aufs Zimmer raufgegangen habe mit ihm das diskutiert und er gesagt nein ich hätte mich melden müssen wo er auch recht hat aber es war in der Zeit in Tschechien halt nicht leicht ein Telefon zu finden aber wurscht und da war ich dann schon eine Sau und dann war ich halt ein paar Spiele nicht bei der Nationalmannschaft wieder vertreten dann hat man mich wieder gebraucht weil ich halt in Deutschland schon erfolgreich war und dann sind halt die nächsten Vorfälle immer wieder gekommen ein Jahr später Erinnerst du dich an den 11. Juni 1995 Thomas Muster hat an diesem Tag die French Open gewonnen und Österreich hat ohne dich in Irland gespielt in Irland 3-1 und am Vortag hat gespielt Werder Bremer gegen Karlsruhe SC vorletztes Meisterschaftsspiel und ging damals um den Titel für Werder es ging um den Titel wenn wir das Spiel gewinnen und Dortmund nicht gewinnt sind wir Meister und da war halt Freitag das Spiel Werder Bremer in Karlsruhe und am Samstag war Irland gegen Österreich und ich meine das war ja nicht wie jetzt das gibt zwei Wochen FIFA Date oder zwölf Tage es gab keine Freistellung es gab keine Freistellung und da bist halt das Spiel Freitag Samstag oder irgendwie das war noch nicht so gut organisiert und ich habe halt dann zum Otto Rehagel gesagt Trainer ich bin eingeladen worden zum Länderspiel wir spielen am Samstag gesagt der Junge das geht ja nicht wir spielen am Freitag das Entscheidungsspiel und die Meisterschaft sagen sie ihm ab sage ich nein ich kann nicht absagen für uns geht es um die Europameisterschaft ich kann nicht absagen dann war das so ein Hin und Her mit Herbert Prohaska viel telefoniert mit dem Nationaltrainer das hat sich halt tagelang so aufgebaut und ich habe nicht mehr gewusst was ich machen soll und dann hat es geheißen jetzt muss ich mal entscheiden und das weiß ich noch wie heute dann sitze ich gegenüber vom Otto Rehagel in Bremen und er hat gesagt rufen Sie jetzt den Nationaltrainer den Herbert an ich rufe den Herbert an sage ich Herbert ich habe eine Idee Werder würde es auch gut heißen ich spiele 45 Minuten am Freitag komme im Privatjet das Werder zahlt sofort nach Irland und spiele nächsten Tag in Irland sagt der Andi du weißt das auch du kannst nicht zwei Spiele in zwei Tagen spielen sage ich ja es wird schwierig aber du musst mich verstehen ich kann jetzt nicht sagen ich will für Österreich spielen dann bin ich in Bremen unten durch und wenn ich sage ich will für Bremen spielen bin ich in Österreich ist eine Lose-Lose-Situation für mich also ich möchte bei beiden spielen hat er gesagt nein das geht nicht ich muss mich jetzt entscheiden und der Otto Rehagel sitzt unter dem Tisch hat er mir immer gegen Schippa drehen und gesagt sagen Sie ihm dass Sie nicht kommen sagen Sie ihm jetzt dass Sie nicht kommen und dann habe ich gesagt okay wenn das nicht möglich ist ich will für Werder Bremen spielen sagt er dann heißt das dass du nicht bei uns spielen willst dann sage ich nein ich will auch für Österreich spielen aber ich muss für Werder Bremen spielen sagen Sie ihm dass Sie nicht kommen und dann habe ich halt gesagt nein ich spiele für Werder sagt er dann bist du nicht dabei und dann hat der Pepper Mauer ein Interview gegeben irgendwo im Radio also dass ich ein Vaterlandsverräter bin damals ÖFB-Präsident dass ich ein Vaterlandsverräter bin und ich gehöre mit nassen Fetzen anscheinend aus Österreich vertrieben und das hat mein Vater gehört im Radio und hat sich gleich irgendwie verbinden lassen und hat sich natürlich so wie ich auch nichts gefallen lassen und hat es wieder eine Riesenstreiterei gegeben also das war schon auch in meiner Karriere öfters so kleine Fetzereien hat es immer wieder gegeben gut jetzt kenne ich dich auch schon lang und ich weiß dass du ein total umgänglicher sympathischer Mensch bist aber irgendwann einmal kann bei dir schon der Punkt kommen wo du völlig ausstickst oder? naja ausklicken nicht aber ich schaue es waren ja so Situationen was hätte ich sollen machen weißt es sind schwierige Situationen und so wie du sagst ich verstehe mich jetzt mit dem Herbert Prohaska wieder super mit dem Pepper Mauer hat überhaupt kein Problem ich bin halt ein Mensch der dann kurz einmal irgendwie eine Diskussion hat eine Streiterei und ein zwei Tage später ist das für mich dann wieder vergessen bei der Nationalmannschaft hat es ein bisschen länger gedauert weil dann die nächsten Spiele war ich wieder nicht dabei dann hat man mich wieder gebraucht weil ich halt doch ein guter wichtiger Spieler war und da hat der Herbert Prohaska schon gewusst wie ein Andi Herzog leicht einfangen kann wir haben uns im Sacher getroffen bei einer Sachertorte und wenn ich natürlich ein bisschen Zucker in mir habe bin ich wieder der Beste aufgelegt aus dem Mensch den es gibt und dann war alles für ein Comeback wieder bereit also es war keine einfache Beziehung die du mit Herbert Prohaska hattest nein nicht nur mit Herbert Prohaska ich denke dass der Hans Krankel viele weiße Haare wegen mir bekommen hat das ist einfach so ich war halt ein Spieler ein kreativer Spieler der schon auch seine eigenen Ideen gehabt hat und auch sich viele Gedanken über den Fußball gemacht hat und ich will jetzt da nicht irgendetwas Besserwisser dastehen aber vieles was man jetzt macht mit dem Training und so habe ich Ende der 80er Jahre Anfang der 90er Jahre schon kritisiert weil es mir damals keinen Spaß gemacht hat zum Beispiel eine Stunde eineinhalb Stunden im Kreis laufen dass du Ausdauer trainierst jeden Tag in der Vorbereitung habe ich gesagt das muss man doch irgendwie auch mit Ballen lösen können nein nein das ist so heutzutage gibt es fast keine Mannschaft mehr die so brutal in der Vorbereitung nur mehr Ausdauer trainieren das war jetzt nur ein blödes Beispiel aber es ist so und da habe ich halt schon ein bisschen einen Sturrschädel gehabt wenn mir das nicht taugt hat habe ich schon die eine oder andere Diskussion gehabt und hast dich auch immer wieder mit deinen Trainern angelegt ja angelegt ich habe ihnen halt meine Meinung gesagt und bei Hans Krankel habe ich da ein besonderes Verhältnis gehabt der hat gesagt Rotspur sei leiser sonst haue ich da watschneine und das wurde dann schnell erledigt Ende der Diskussion Ende der Diskussion ich wollte dort kurz einmal vielleicht meinen Standpunkt beibringen aber es ist jetzt nicht immer angehört worden und bei Rapid bin ich auch einmal nach der WM 1990 Trainingslager ich habe drei Tage Urlaub gehabt muss man sich das jetzt vorstellen drei Tage Urlaub nach der WM meine Kollegen bei Rapid oder die nicht bei der WM dabei waren die haben glaube ich vier, fünf Wochen Urlaub gehabt wir waren drei Tage auf Urlaub und dann sind wir auf Trainingslager gefahren und ich bin jeden Tag im Wald gelaufen und da bin ich halt zum Trainer hin und sage ich Trainer Entschuldigung was ist das jetzt für ein Unterschied die kommen vier, fünf Wochen aus dem Urlaub die haben nichts gemacht wir haben fast durchgespielt und ich mache das gleiche Training wie die jetzt was soll denn das Hans Krankel war nicht so zugänglich in dieser Phase der Endeffekt war ich bin mit dem Koffer am Bahnhof gestanden was weiß ich wo wir auf Trainingslager waren Tell am See und war mit dem Zug wieder heimgeschickt worden in den letzten Augenblick ist wieder irgendwie was eingelenkt worden habe ich im Trainingslager bleiben können also es waren schon wilde Zeiten das kann man sich bei mir eigentlich gar nicht so vorstellen wenn man mich so sieht eben das meine ich damit es gibt dann schon Punkte wo du einfach dann drüber gehst diese Grenze klick macht ist schon ein bisschen schwierig mit Hans Krankel hattest du auch dann nach deiner Karriere ein schwieriges Verhältnis du hast als du vor der Euro 2008 Assistent von Josef Hikersberg als Teamchef warst ihm auch einmal etwas ausgerichtet über die Medien nein nein das glaube ich hat er falsch verstanden oder hat sie damals falsch rübergebracht es war bei den Entscheidungsspielen gegen die Deutschen wo ich gesagt habe Cordoba ist jetzt 30 Jahre her oder was es wird Zeit dass wir ein neues Cordoba haben und das war aber jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint gegen Hans Krankel wo ich einfach als Co-Trainer der Nationalmannschaft einfach hoffen dass wir die Deutschen schlagen und dass wir in die zweite und dass wir weiter kommen ins Viertelfinale bei der Heime-Europameisterschaft 2008 und er hat das als Kritik oder als Majestätsbeleidigung empfunden und war dann jahrelang auf mich richtet ja aber er ist ja nicht nachtragend nein er ist nicht nachtragend zum Glück aber alles wieder gut ihr seid beide Sky-Experten ja wir verstehen uns wieder gut und es ist alles ausgeräumt oder eben nicht ausgeräumt aber ich habe mich nicht auf eine Sache dort reingelassen warum hat es länger gedauert da war der Brunscher schneller hört sich das an wir werden ihm ausrichten dass er das nachträglich machen muss es gab aber auch die umgekehrte Situation da komme ich jetzt noch einmal zurück auf Werder Bremen und das Nationalteam du hast dich einmal für das Nationalteam entschieden und da hat Werder Bremen eine wichtige Partie gespielt und da spielt auch Otto Rehagl eine Rolle Österreich hat damals in der Schweiz gespielt wie war die Geschichte? ach so die Geschichte ja da war Otto Rehagl war schon Trainer der griechischen Nationalmannschaft oder war oder Kaiserslautern ich glaube Kaiserslautern genau oder ich glaube Trainer bei Kaiserslautern und Werder Bremen hat gehabt Auswärtsspiel gegen VfL Wolfsburg deutscher Pokal-Semifinale und wir haben gespielt Schweiz gegen Österreich und ich habe für die österreichische Nationalmannschaft gespielt und Raphael Wicke bei Werder Bremen Schweizer Nationalspieler war mein Kollege bei Werder und wir haben vier zwei gewonnen und ich habe eigentlich ein super Länderspiel gehabt habe glaube ich ein oder zwei Tore geschossen und eins vorbereitet und so und ich habe mir gedacht das gibt es ja nicht so frei hat mich der Gegner eigentlich selten spielen lassen als zweite Spitze oder als offensiver Mittelfeldspieler als Nummer 10 und dann habe ich nachher mit Rapha geplaudert und habe gesagt Rapha was war denn los mit euch wir haben eigentlich geglaubt dass es stärker sind als wir das schwer wird für uns aber wir haben vier zwei gewonnen und wir haben ja da offensiv wir haben ja Freiheiten gehabt das war Wahnsinn ich sagte nein du kannst dir nicht vorstellen was wir für Streitereien gehabt haben sage ich warum sagt er bei uns hat es einen Innenverteidiger gegeben den Hans und den Sechser den Hans Hans Vogel sagt dann der Trainer hat gesagt Hans und du kümmerst dich um einen Herzog und dann haben sie in der Pause gesagt sagt der Trainer Hans ich habe dir gesagt du sollst dir um einen Herzog kümmern und der hat gesagt ich habe glaube ich der andere Hans und da war das Spiel schon entschieden und da habe ich halt ein gutes Spiel gehabt und dann glaube ich 80. 85. Minuten rollt der Ball auf links außen so raus über die Outlinie ich gehe hin möchte einwerfen und auf einmal schreit einer von der Tribüne Hallo Andreas mein Junge sehr gutes Spiel heute und übrigens Werder führt 1 zu 0 und ich bücke mich um einen Ball runter schau rauf auf der Tribüne war der Otto Rehagel der gerade das Stadion verlassen hat und ich habe gesagt danke Trainer danke für die Info und es war alles okay aber dieses 4 zu 2 wirst du sicherlich gleich die nächste Frage stellen war natürlich trügerisch weil wir haben in der Schweiz 4 zu 2 gewonnen und das nächste Länderspiel war leider in Spanien genau das war das 0 zu 9 deine bitterste Niederlage naja vom Ergebnis her ist es ein Wahnsinn 0 zu 9 nur da haben wir natürlich gegen einen Gegner gespielt die haben glaube ich gleich drauf gegen die Türkei 8 zu 0 gewonnen also es ist eine Mannschaft die war eine fantastische Mannschaft Raul damals Raul Morientes Wahnsinnsspieler und das waren immer in der Qualifikation die beste Mannschaft in Europa wenn es aber zu einer WM oder zu einer EM gekommen ist haben sie immer ein Spiel dabei gehabt wo sie ausgeschieden sind und das haben sie dann in den 2008, 2010 und 2012 waren sie ja unschlagbar aber die Qualität individuelle Qualität haben sie eigentlich immer schon gehabt und dass du dann einmal fest unter die Räder gerät ist normal nicht akzeptabel keine Frage aber das war ein Wahnsinn denen ist alles gelungen aber gegen Faröer Inseln zu verlieren das war viel bitterer also es klingt jetzt blöd wenn du 9-0 verlierst aber das gegen die Faröer vielleicht war ich da auch noch jünger und habe mit denen nicht so umgehen können das war für mich noch eine Spur Ärger wie die anderen Riesenblamage in Spanien wäre mit dieser Nationalmannschaft damals im Nachhinein mehr drin gewesen? Ja es ist schwer zu sagen wir waren natürlich 1998 bei einer WM und da war schon ein bisschen ein Umbruch es sind zwei, drei ältere, ganz wichtige Spieler haben aufgehört oder sind weggebrochen und dann dauert das natürlich immer wenn ein, zwei andere nachkommen bis die gleich die Rolle so erfüllen können aber es war schon eine Mannschaft die eine Qualität gehabt hat aber wenn du dann einmal 9-0 verlierst ist das natürlich schon ein Wahnsinn und dass das dann nicht ohne Konsequenzen weitergehen kann auf Seiten des Trainers leider der immer dran kommen muss oder der eine oder andere Spieler auch weil ich glaube das war das letzte Spiel von Toni Pfeffer, Peter Schöttl Da sind einige Karrieren zu Ende gegangen Einige geköpfelt Ich war der Kapitän eigentlich ich muss der Kapitän als erster köpfeln aber ich war zum Glück noch ein bisschen jünger und habe dann noch ein paar Länderspiele weiter machen können mit Otto Baric als Trainer der mich als Jungen bei Rapid selten gefördert hat oft gefordert, aber nie gefördert zwölf Jahre später kommt er zurück zur Nationalmannschaft Wobei hat er dir damals nicht gesagt du bist der Beste der Jungen? Ja, ich bin der Jungen Das hat er allerdings Peter Schöttl und Andy Jaraf auch gesagt Mit 18 Jahren hat er gesagt Er ist zu mir gekommen und hat gesagt Kleines, du bist super du bist Beste von diesen Jungen nach dem Training und ich habe mich gefühlt immer gedacht boah, jetzt ist es nur meine Frage der Zeit bis ich bei Rapid durchstart und dann auf einmal habe ich mich geduscht und ich war der Einzige noch in der U21-Kabine da war der Gang die Profikabine war auf der anderen Seite und ich war fertig mit dem Duschen mach die Tür auf steht er mit dem Peter Schöttl und mit dem Peter Wurz also er hat mit jedem Einzelnen gesprochen und hat zu jedem gesagt boah, bist du super bist du Beste von diesen Jungen und ich habe mir gedacht das ist der Tepper das hat er gerade zu mir gesagt wurscht so war halt seine Art er war ein super Trainer taktisch richtig gut hat halt jetzt nicht so die Jungen gefördert wurscht und zwölf Jahre später wird er Nationaltrainer von Österreich und ich war Kapitän habe natürlich einen anderen Stellenwert gehabt wie ein 18-jähriger Parabit das erste was er zu mir kommt zu mir schüttelt mir die Hand und sagt hallo Andreas bin ich nicht mehr bei sie auf sie sage ich Trainer sie sind bei sie auf mich ich war sauer auf sie weil sie mich nie aufgestellt haben aber das ist zwölf Jahre her das interessiert heute keine Sau mehr wir müssen schauen dass wir die nächsten Spiele gewinnen und dann war das Länderspiel drauf gegen Schweden das Heimspiel und ich muss ehrlich sagen das war für mich für meine Trainerkarriere auch ganz eine entscheidende Situation weil wir waren da klare Außenseiter du verlierst ein paar Monate vorher gegen Spanien 9-0 und dann kommt er macht die Besprechung und sagt na Pichko was soll ich Ihnen sagen diese Spanier ist eine fantastische Mannschaft der Raul und diese und diese fanden alle Weltklasse-Spieler und wir sind immer im Sessel immer kleiner geworden haben sich gedacht wir wissen es ja eh wir haben gerade 9-0 verloren sagt er sind sie auch nicht schlecht sind sie Beste von Österreich sind sie nicht so gut wie diese aber sind sie auch gut und dann hat er wieder weiter geschwärmt sieben Minuten geredet nur über Spanien wie super die sind und wie gesagt wir haben sich nicht einmal mehr zugehoacht wir haben sich da lassen reden wir mecker schauen sie mehr und so nach sieben acht Minuten auf einmal steht er vorne und auf einmal sagt er aber habe ich gefunden Zug also einen Angriffszug machen wir diesen Zug fünfmal pro Halbzeit gewinnen wir das Spiel und wir sind alle gelingen was hat er gesagt wir gewinnen das Spiel na das gibt es ja nicht und ab dem Zeitpunkt haben wir wieder eine Selbstwert herangehobt oder das Gefühl wir können selbst gegen die Spanier gewinnen wo wir vor ein paar Monaten noch 9-0 verloren haben wir haben das trainiert 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 im Endeffekt haben wir dann 1-1 gespielt es war jetzt nicht der Sieg aber es war trotzdem ein super super Ergebnis für uns und das ist einfach so wo es dem Trainer deiner Mannschaft schon ein Vertrauen geben muss oder eine Idee oder sie überzeugen muss dass man jedes Spiel gewinnen kann es muss natürlich einen tollen Spielverlauf geben keine Frage aber du kannst nicht als Trainer einer Mannschaft sagen Burschen wir müssen schauen was passiert und wir sind Außenseiter hin und her nein gehen jedes Spiel rein und gebe einem das Vertrauen dass man jedes Spiel gewinnen kann mit einer guten Idee wie man dem Gegner wehtun kann dann kam auch das Jahr 2001 die WM Qualifikation für die WM 2002 in Japan und Südkorea und dann kam das legendäre Spiel in Israel politisch angespannte Situation eine Mannschaft die eigentlich keine Mannschaft war die nach vielen Absagen Otto Baric zusammenzimmern musste und dann kam dieser Freistoß in der Nachspielzeit ja und das habe ich jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren in Israel sehr oft gehört also am Anfang die Israelis haben seit 1970 wie sie noch in Asien mitgespielt haben haben sie sich für die WM qualifiziert und das war die erste Chance dass sie in die Playoffs kommen gegen die Türkei und dann habe ich in der 93. Minute eben das Freistoß da geschossen wie man den Ball aufgelegt hat habe ich mir gedacht einmal möchte ich in meiner KU ich war auch nicht mehr der Jüngste war glaube ich 32 oder 33 und habe mir gedacht einmal möchte ich in einer Klick haben 93. Minute und wenn ich den Ball nicht treffe dann sind wir in die Playoffs und qualifizieren sie vielleicht noch für die WM und der Ball ist bei der Mauer durch die Beine gegangen glaube ich in Dormann durch die Beine und der Ausgleich wir sind weitergekommen haben leider gegen die Türken dann gar keine Chance gehabt und ich habe wirklich das meiste Glück in meiner Karriere verballert gehabt weil danach war ich nicht mehr so erfolgreich dabei wollte eigentlich Franz Wolfert damals Torhüter den Freistoß schießen ja auf einmal kommt der Bodo nach vorne ich habe eigentlich glaubt dass der Ivo Vastitsch der ja auch damals super war dass der Ivo schießt und ich habe gesagt Ivo was ist sagen nein schieß du habe ich gesagt okay schieß ich legen wir den Ball auf und haben mir überlegt über die Mauer oder von so nah hoch scharf aufs aufs Dormereg dass er den Ball spät sieht dass er vielleicht drinnen ist und auf einmal kommt von hinten der Herr Wolfert mit den Handschuhen lass mich schießen dann sag ich mir ist der ein Bäcker nein lass mich schießen dann sag ich geh ich stehe dich wieder nach hinten und schau zu und dann habe ich gesehen im Nachhinein hat man das ja schon oft gesehen diese Szenen steht er mit Markus Hieden Händchen halten und drückt mir wahrscheinlich alle Daumen und dann geht der Ball halt rein und dann kann ich mich an die Sekunden danach kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern weil du bist voll da gehst einfach ab und das ist ein Wahnsinn aber es war für meinen für den Start bei meiner Trainerkarriere als Nationaltrainer von Israel natürlich keine gute Aktion das habe ich auch gespürt Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Zeit damals 2001 da ging deine Karriere bei Werder Bremen dann auch zu Ende du hast dich damals dazu entschieden zu rapid zurückzukehren war das im Nachhinein ein Fehler? Fehler ja ich meine ich habe jetzt nicht so gut gespielt damals hat man mir irgendwie erklärt dass der Michael Bauer kommt für die Verteidigung und Didi Kübauer als Interesse und ich habe mir gedacht na bumm mit Bauer Kübauer und Herzog spielen wir aber nächstes Jahr gleich wieder um einen Mastertitel mit und die sind leider die anderen zwei Spieler aus finanziellen Gründen oder was nicht verpflichtet worden und wir haben dann auch keine gute Mannschaft gehabt und ich habe eigentlich geglaubt dass ich als erfahrener Spieler wenn ich zurückkomme dass ich die Mannschaft mitreißen kann dass ich ihnen ein bisschen mehr Professionalität was ich halt zehn Jahre in Deutschland gelernt habe ein bisschen beibringen kann aber dann war die eine oder andere Situation auch wo ich mir gedacht habe okay man sieht einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich und das hat mich dann auch statt dass ich die Mitspieler mitreißen habe hat mich die eine oder andere Situation dann auch runtergezogen und ich habe dann aber auch nicht mehr so gut gespielt wie sich es auch alle Rapid-Fans erhofft haben das war teils meine Schuld aber nicht nur allein meine Schuld das sage ich jetzt auch offen und ehrlich Du bist einmal ideal ziemlich abgewaltzt worden in dieser Zeit Ja das gehört einfach dazu ich meine es ist ja logisch dass du jetzt nicht nur auf die Jungen die abputzen kannst ich bin ja geholt worden als Leader war dann auch Kapitän aber es ist halt schon so wenn du als älter Spieler im Training mehr rennst wie die jungen hoffnungsvollen Spieler und du dann noch die Watschen kriegst und du versuchst alles war halt eine bisschen komische Situation für mich und im Nachhinein hätte ich mir das schon ganz anders vorgestellt was mich aber noch am meisten gestört hat war dass dann einmal so ein deppertes Interview gegeben hat in irgendeiner Zeitung was weiß ich was für eine Zeitung war wo die Überschrift war dass ich lieber bei der Austria ich wäre lieber bei der Austria als bei Rapid das habe ich in meinem Leben nie gesagt zu der Zeit und dann ruft mich der Trainer an der Josef Hickersberger und sagt Andi komm nicht zum Training sage ich warum sagt er nur die Fans warten schon auf dich da gibt es ein Problem sage ich für was sagt er nur wegen deiner Überschrift sage ich wegen welcher Überschrift ich sitze noch zu Hause beim Frühstück mit meiner Frau sage ich was für Überschrift nein du wärst lieber bei der Austria sage ich nicht wer hat denn das gemacht das habe ich nie gesagt und damals hat es aber Probleme gegeben weil bei meinem 25. Spieleinsatz hätte sich mein Vertrag verlängert und beim 24. Spiel hat der Rapid-Präsident damals sagt der Herr Edlinger zum Hickersberger er darf mich nicht mehr aufstellen damit sich der Vertrag nicht verlängert damit sich der Vertrag nicht verlängert und wenn man jetzt dann irgendwie ich will jetzt nicht irgendwen anklagen oder was aber das Ende bei Rapid war alles andere wie schön mit 103 Länderspiele muss ich jetzt im Nachhinein sagen hätte man schon ein bisschen nicht jetzt von Josef Hickersberger aber hätte man schon von Seiten von Rapid ein bisschen was anderes erwartet also und dass ich dann noch von den Fans beschimpft wäre mit irgendwelchen Transparenten die gar nicht gewusst haben was zu der Zeit alles anrehen das ist mir eigentlich schon schwer am Magen gegangen und dann habe ich mir gedacht okay, schluck's aber du musst für die Zukunft lernen und das habe ich auch Inwiefern hat das dein Verhältnis zu Rapid auch nachhaltig belastet? Nein, das geht ja nicht um einen Verein es geht einfach um zwei, drei Personen also der Josef Hickersberger hat immer mit mir gesprochen hat eine neue Idee gehabt hat gesagt Andi, pass auf es wird schwierig weil jetzt bist du schon ein älterer Spieler und damals war Steffen Hoffmann Andi Ewer und schieds die aufgekommenen jungen Spieler und ich wollte ja nicht denen im Weg stehen aber ich habe die eine oder andere Verantwortung übernommen oder auch die Watschen gekriegt wo sie sich vielleicht in Ruhe an meiner Seite entwickeln haben können und dann hat es halt geheißen spiel noch das eine Jahr und dann kommst du in den Trainerstab oder ins Management und innerhalb kürzester Zeit ist das durch die eine Überschrift alles erledigt gewesen und da bin ich mir verarscht gekommen und so wie wir gerade geredet haben über den Prohaska, über Krankel da bin ich dann schon ein sturer Hund sagt dann schon einmal meine Meinung und der eine oder andere kann mich dann schon einmal gern haben Du hattest allerdings damals tatsächlich ein Angebot der Wiener Austria, oder? Davor, ja Also es war nicht klar dass du zu Rapid zurückkommst sondern du hattest auch ein Angebot der Wiener Austria das soll sehr lukrativ gewesen sein warum hast du dich dann trotzdem gegen das Angebot der Austria entschieden? Nein, wir sind nach Bremen gekommen damals ein deutscher Manager und ich glaube der Ari Hahn war damals Ari Hahn war Sportdirektor bei der Austria und wollte mit mir reden da haben wir ein super Angebot gemacht und ich habe aber dann gesagt nein, das kommt für mich nicht in Frage ich bin dann zu Rapid zurückgegangen war glücklich weil ich mir in Wien ein Haus gebaut und ich habe halt meine Vorstellung und eine Vision angehabt vielleicht nochmal mit Rapid Meister zu werden dann im Verein irgendwie nachher noch einen schönen, interessanten Job zu übernehmen aber das ist halt nicht so passiert und darum habe ich da jetzt auch kein Problem damit habe meine anderen Ideen oder Visionen halbwegs umsetzen können war jahrelang jetzt im Ausland habe wunderschöne Erlebnisse gehabt aber es hat halt der Wiener Zeit sein aber das wollte ich sagen nicht, dass irgendeiner glaubt dass ich Rapid das gleiche Angebot gehabt habe wie von der Austria ich habe schon auf viel Geld verzichtet auf sehr viel Geld war trotzdem für Rapid damals auch viel Geld was ich verdient habe weil sie finanziell nicht gut gebetet waren aber bei der Austria habe ich das vierfache verdient und im Nachhinein lest nachher noch in der Zeitung was du für ein Trottel bist also da bin ich mir schon ein bisschen verarscht vorkommen ist jetzt im Nachhinein vielleicht werden Leute glauben ist ja der Rundumschlag weil ich so drüber noch nie gesprochen habe aber wenn wir schon jetzt einmal so persönlich untereinander reden können dann haben wir doch ja aber man merkt schon deutlich dass es belastet ist das ärgert dich weil du auch ein Gerechtigkeitsfanatiker durch und durch bist schon, ich möchte schon weißt du und das ist alles ein bisschen mit Respekt wenn man mit mir normal war auch das Ende bei Werder Bremen war jetzt nicht so wie man es vorgestellt hat weil wenn wir gekommen waren und ich habe gesagt pass auf Andy wir wollen eine junge Mannschaft aufbauen wir planen mit anderen Leuten ist das okay aber bei Werder war es einfach so ich bin gekommen von der Nationalmannschaft habe zwei Tore geschossen habe davor noch gut gespielt auf einmal war ich Ersatz habe ich mit Thomas Schaaf gesprochen und habe gesagt du Thomas wieso bin ich Ersatz na du hast doch Mittwoch Länderspiel gehabt nächstes Mal spielst du eh wieder habe ich mir gedacht okay musst du ja als älterer Spieler akzeptieren oder wenn ich nicht mehr gut genug bin dass man mir sagt Andy wir stellen uns das anders vor lass uns eine gute Lösung finden das ist jeden Spieler ab einem gewissen Alter ist halt die Angriffsfläche jetzt ist schon fast die Grenze 30 das war bei mir auch so wenn du bis 20, 25, 28 dann bist du nicht so in Form und wenn du über 30 bist hast du auf einmal der ist nicht in Form sondern ist er schon zu alt und das ist eine neue Art der Kritik da schluckst du am Anfang richtig und dagegen kannst du dich aber nicht wehren weil gegen das Alter kannst du nichts machen du musst nur schauen dass du wieder richtig gut spielst man merkt uns deutlich Werder Bremen und Rapid das sind deine Herzensklubs gewesen in deiner Karriere du warst auch immer wieder als Trainer im Gespräch bei diesen beiden Klubs warum hat das nie funktioniert? Ich weiß nicht vielleicht weil ich so bin wie ich bin Wie bist du denn? Naja schon sehr geradlinig wenn ich finde dass was nicht richtig funktioniert oder dass das ein bisschen anders gemacht wird diskutiere ich darüber und tue nicht alles schön reden Gab es von Bremen tatsächlich einmal ein konkretes Angebot? Nein also bis jetzt noch nicht ich habe trotzdem ein gutes Verhältnis zu Marco Bode und zu den Verantwortlichen bei Werder gar keine Frage weil es war jetzt noch nie so dass wir sich zusammengesetzt haben und einmal selbst dass sie einmal mich als Trainer irgendwie kennenlernen wollen meine Philosophie, meine Idee so weit war es noch nie und ich sage im Endeffekt kein Problem Bei Rapid war es dann doch anders Ja aber nicht als Trainer sondern als Sportdirektor und einmal war es kurz habe mich der Freddy Pickel angerufen ob ich mir vorstellen könnte bei Rapid Trainer zu werden Das war die Zeit als dann Goran Juricin als dann Goran Juricin verlängert wurde verlängert wurde Davor ja ja Nein weil da hat es ja geheißen es werden viele er hat sehr viele Trainer auf der Liste und da war ja einer davon dann haben wir kurz einmal gesprochen aber jetzt nicht so wie wir da sitzen sondern irgendwo aus dem Auto da mich angerufen und haben mir das ein paar Sachen diskutiert und ein paar Tage später ist dann der Goran Juricin sein Vertrag verlängert worden und da bin ich auch jetzt nicht irgendwie best das ist klar das gehört einfach so zum Trainerjob dazu Hast du das auch als respektlos empfunden? Nein ich muss sagen ich habe damit auch gar nicht mehr so gerechnet weißt du weil wenn man mit wenn man wenn man ein richtiges Interesse hat geht man an die ganze Situation ganz anders heran also der Rapid wollte mich als Sportdirektor ein-, zweimal holen oder als Vorstand Sport aber das wollte ich damals noch nicht weil ich gesagt habe ich sehe mich mehr als Trainer und dabei hat es sich nicht ergeben also wie gesagt das war dann die Phase als du dann israelischer Teamchef geworden bist völlig überraschend für die Öffentlichkeit das Kapitel ist mittlerweile auch wieder beendet auch aufgrund der Corona-Krise was hast du gelernt in Israel? Ja es war wenn du mich so fragst was ich gelernt habe dass ich authentisch bleiben muss weil ich meine erste Pressekonferenz gehabt und das wie gesagt das erste war gleich wir haben nur über das Dorf von mir gesprochen und dass ich die Chance des Jahrhunderts für die Israelis verhaut habe und hin und her und ich habe mir gedacht ich kann jetzt mit einer drüber diskutieren was ich will und das nimmt mir eh keiner an ich habe halt nur gesagt pass auf ich bin jetzt da dass ich eben das ändere dass sich Israel zum ersten Mal vielleicht qualifiziert ich werde alles das Beste ich werde so viel arbeiten dass ich die Mannschaft weiterentwickele hin und her und dass wir es auf einen neuen Level bringen das ist mir bis zu einem gewissen Punkt glaube ich auch ganz gut gelungen auch wenn wir die letzten zwei Spiele in der Quali wo wir dann keine Chance mehr haben habe ich schon viele junge Spieler ausprobiert und da haben wir dann zwei Spiele verloren wenn wir da den einen oder anderen Punkt geholt hätten hätte es in der Tabelle schöner ausgeschaut aber das war für mich jetzt nicht so wichtig für mich war wichtig eben in Bezug auf die Playoffs ob ich den einen oder anderen jungen Spieler in Schottland schon bringen könnte und bei der Pressekonferenz war es auch so dass ich gesagt habe wir reden immer nicht über das Dorf was ich geschossen habe ich war mir in Israel 5-0 verloren warum reden wir nicht über das Match und da war halt so am Anfang war ich angespannt und dann bin ich auf die Bühne rauf zur Pressekonferenz und mir gedacht so jetzt musst du aber locker ein bisschen souverän sein lass dich da nicht irgendwie von irgendwelchen Fragen quasi aus der Reserve locken und dann war ich halt total locker und dann war eigentlich schon die erste Stimmung na ja geben wir ihm einmal eine Chance dann habe ich gleich die ersten zwei Spiele verloren weil ich bin zwei Wochen vorher als Trainer nominiert worden da habe ich die Spiele noch nicht einmal gescheit gekannt und dann hat es auch geheißen schickt sie mir den nächsten Flieger gleich wieder zu Hause den Trottl brauchen wir nicht und dann hat sich das natürlich schon extrem gewandelt und ich glaube schon auch wenn wir jetzt nicht so erfolgreich waren trotzdem lebt die Chance noch auf die erste Quali da mit den Playoffs aber die Leute haben schon fast alle haben zu mir gesagt dass sie sind stolz dass sie sich die Nationalmannschaft wieder ausschauen weil es einfach wieder einmal schöner Fußball ist interessanter Fußball und das macht mir schon macht mir schon eine Freude und es hat mir auch einen extremen Spaß gemacht mit Spielern zu arbeiten das von deiner Philosophie überzeugen willst und auch wenn es jetzt nicht ist ja logisch die Qualität jetzt ist von Spanien, Deutschland, Frankreich aber du siehst die Spieler nehmen das an sie wollen es umsetzen und phasenweise ist es uns richtig gut gelungen leider nicht oft oder gut genug weil sonst hätten wir uns qualifiziert aber es war schon so dass ich sage ja jedes Trainingslager war eine Art Weiterentwicklung und ein Riesenspaß mit den Burschen zu arbeiten das Highlight war schon der Heimsieg gegen Österreich oder? ja das ist klar ich meine wir haben eine erste Halbzeit viel Glück gehabt haben die glaube ich Dragovic und so Riesenmöglichkeiten gefordert aber typisch israelisch wir haben uns dann in einen Spielfluss reingespielt wenn es läuft ist jeder technisch stark auf einmal funktioniert das haben wir 4-1 geführt hätte auch 5-1 ausführen können nach einem Freistoß von Sahavi und dann zum Schluss haben wir 4-2 gewonnen das war für mich natürlich als Trainer schon eine Befreiung und auch der größte Sieg Israels in den letzten 25 Jahren und wenn ich da jetzt sage, dass du das als Trainer nicht auch gut tät das war es natürlich eine glatte Lüge das ist klar es war trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl gegen das Heimatland anzutreten aber ich habe mir schon vorher vorgenommen wurscht gegen wen wir spielen ich bin einfach auf meine Aufgabe als Trainer fokussiert wie ich die Spieler einstehe und am Spielfeld genauer aufpasse wie das alles abläuft und das war einfach ein perfekter Tag für uns Du hast damals nach dem Spiel immer wieder betont das sei keine Genugtuung für dich gewesen dieses Länderspiel mit Israel gegen Österreich zu gewinnen Ja, es ist immer noch so es war damals in Bezug, weil ich drei oder viermal nicht Nationaltrainer geworden bin weil wir es immer für einen anderen entschieden haben das ist für mich abgehakt ich schätze ihn Franco Fodor sehr er macht einen sehr sehr guten Job und das habe ich ihm auch damals nach dem Spiel gesagt dass das Spiel anders ausgehen hätte können dass wir halt da in den entscheidenden Momenten ein bisschen mehr Glück gehabt haben und für mich war einfach jetzt nicht eine Genugtuung dass ich Österreich besiegt habe sondern auch die schönste oder die meiste Freude war dass ich aus meiner Mannschaft an dem Tag fast das Optimum oder dass jeder einzelne Spieler fast das Optimum aus sich raushalten hat können und das ist für einen Trainer mit das Schönste Du hättest drei oder viermal österreichischer Teamchef werden sollen werden können du wolltest das auf alle Fälle werden gleich 2008 nach der Europameisterschaft als Josef Hikersberger nicht mehr Trainer geblieben ist dann kam Karel Brückner dann kam Didi Konstantini und jetzt hast du dann auch den Kürzeren gegen Franco Fodor gezogen Marcel Koller war natürlich auch noch dazwischen welche Entscheidung hat dir am meisten wehgetan die letzte als du dann auch Leo Wintner deine Meinung gesagt hast nein wehgetan ich weiß ja gar nicht wie die Teamchefbestellung im Endeffekt abläuft weil es gibt ja viele Landesverbandspräsidenten Bundesliga hat irgendwie einen Einfluss und man hat mir vorher schon gesagt beim letzten Mal wenn der Sportdirektor Peter Schöttl mein Freund ist weil ich mit ihm bei Rapide gespielt habe wird es einem Teamchef Andy Herzog nie geben und am Anfang habe ich darüber gelacht weil ich mir gedacht na was soll denn das für ein Blödsinn sein aber wie gesagt man lernt immer wieder Neues dazu und wie das abläuft was in Zukunft sein wird weiß ich nicht Fakt ist dass ich halt schon die letzten zwei Male schon damit gerechnet habe oder habe mir Chancen gegeben weil ich schon eine gewisse Entwicklung als Trainer auch gemacht habe und jetzt im Nachhinein bin ich sogar froh dass ich wahrscheinlich beim ersten oder beim zweiten Mal nicht Nationaltrainer geworden war weil da war ich sicherlich noch nicht so reif gewesen wie es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gewesen wäre Es wurde dir ja immer vorgeworfen dass du nicht genügend Erfahrung hast Stimmt Ist das etwas was du als ungerecht empfindest wenn ich daran denke dass du zum Beispiel fünf Jahre in den USA gearbeitet hast Ja das ist ja dann nach USA und so braucht man keiner mehr kommen dass ich keine Erfahrung habe keine Erfahrung ist wenn du jetzt so wie der Pirlo Juventus übernimmst was auch geht wenn man es wieder sieht dann die Amateure trainierst von Real Madrid und dann nimmst du Real Madrid wie der Guardiola trainiert Barcelona 2 übernimmt Barcelona aber das geht halt nur wenn einer ein Weltklasse Spieler war der alles in seinem Leben miterlebt hat und der wird von solchen Topspielern dann auch wenn er sich fachlich auch überzeugt und menschlich überzeugt von der Kompetenz her dass er dann von denen akzeptiert wird bei mir war es halt immer so ich bin als Spieler ja auch nicht akzeptiert worden am Anfang in Österreich ich bin nach Deutschland gegangen haben alle gesagt in drei Monaten komm da eh wieder zurück und dann war ich zehn Jahre in Deutschland bin Master geworden UEFA Cup Sieger zweimal Pokalsieger bin nach Amerika gegangen jetzt bin ich schon sieben oder acht Jahre in sieben Jahren international als Trainer tätig gewesen du kommst irgendwann einmal auf einen Punkt wo dir das eigentlich wurscht ist was die Leute sagen und eins bin ich drauf gekommen wenn ich zu diesem Punkt gekommen bin bin ich am besten weil dann ist es mir wurscht und da habe ich meinen hören natürlich schon auf gewisse Leute die ich jetzt schätze ob das jetzt ist ein Willi Rottensteiner oder von meinem Trainerstab der Willi der Klaus Lindenberger Martin Stranzl jetzt wenn die eine Idee haben vom Fußball her hören wir das an und denken wir das musst du übernehmen weil das ist richtig gut das kann uns helfen aber sonst dass wir da irgendwelche einflüstere Spieler aufs Auge drücken wollen weil sie dann irgendwie einen Gewinn davon haben das gibt es bei mir nicht und das ist halt im heutigen Fußball oft gang und gäbe leider diese Zeit in Amerika unter Jürgen Klinsmann hat die dich am meisten geprägt als Trainer geprägt als Trainer weiß ich jetzt nicht aber was mich was ich da extrem gelernt habe ist dieser Siegeswille oder diese Siegesmentalität ich meine der Jürgen als Deutscher der hat glaube ich 70 oder 75 Prozent seiner Spiele als Spieler gewonnen und jetzt als Trainer ist das Gleiche der geht wurscht in welches Spiel der geht gar nicht mit der Idee rein dass man vielleicht verlieren kann ich denke schon dass er so realistisch ist dass er weiß wenn man jetzt spielen mit USA gegen Brasilien und gegen Deutschland das schwer wird aber wenn du die Besprechungen gehört hast und ich war der Co-Trainer von ihm ich bin nach dem Spiel rausgegangen ich war noch immer bereit gewesen zu spielen so habe ich mich gefühlt zumindest und die Spieler haben die Überzeugung gehabt das Spiel gewinnen wir heute und das ist natürlich schon ein Wahnsinn und das kannst das musst du in dir drinnen haben das zu vermitteln du kannst dich nicht hinstellen und das irgendwie schauspielen weil das nehmen dir das Spiel auch nicht ab weil die haben schon gespürt dafür aber wenn du dich hinstellst und einfach diese Mentalität lebst seit Jahrzehnten das war das war seine größte Stärke und das ist das was ich sicher auch aufgenommen habe was schätzt du besonders am Menschen Jürgen Kindsmann sein Familiensinn das ist einmal für mich auch das Wichtigste wir haben wir haben Spiele gehabt wo am Spieltag WM Qualifikation wo er auf einmal gesagt hat Andi mach das schnell da die Besprechung und das Meeting und hin und her du machst das schon ich komme dann gleich zurück wo gehst du hinlaufen sagt er nein er hält schnell seine Familie ab vom Flughafen und das waren für mich so Punkte wo ich mir gedacht habe das kenne ich so gar nicht aber das war für ihn natürlich auch eine extreme wichtige Geschichte dass er an so einem entscheidenden Tag auch noch kurz einmal mit der Familie kurz entspannen hat können dass er gewusst hat alles ist okay er hat sich auf seine Assistenten blind verlassen können und das war schon für mich wo ich auch mit Familie und zwei Kindern ein Punkt wo ich mich auch extrem wohl gefühlt habe weil ich genau gewusst habe wenn ich einmal was für meine Familie brauche wird das dann genauso akzeptiert und das war eigentlich in der Zusammenarbeit abgesehen von den sportlichen von den Ideen was er auch gehabt hat und Visionen war das sicherlich für mich das das Wichtigste und das Schönste Wie passt das alles mit dem zusammen wie er sich in Berlin gebärdet hat beim Abgang von Hertha Ja das habe ich jetzt auch noch mit ihm schon öfters darüber gesprochen oder haben wir telefoniert ich glaube wenn man Jürgen kennt und wenn er merkt dass da hinter seiner Rücken irgendwas nicht ehrlich ist er hat sicher überreagiert das ist klar das wird er jetzt auch anders sehen wie er es beendet hat aber es ist sicherlich nicht so abgelaufen wie es ist er wie er gestartet ist bei Hertha dass das so weiter geht also da sind ein paar Sachen passiert die kannst du nicht akzeptieren das ist wurscht ob es jetzt heißt Glinsmann Herzog Druckgeschütz oder der Herr Mayer wenn du einen verantwortungsvollen Job hast und du sollst den Verein nach vorne bringen nach Europa und du merkst dass der eine oder andere vielleicht jetzt nicht diese Qualität hat und dann musst du es irgendwie tauschen dass der das mitkriegt und nicht happy ist ist logisch Könntest du dir vorstellen wieder mit ihm gemeinsam zu arbeiten Absolut ja Andi welche drei Spieler sind die wo du sagst das waren die besten mit denen ich jemals gespielt habe Puh schwer also Lothar Matthäus Weltfußballer Jürgen Klinsmann muss man auch dazu sagen ist keine Frage und wahrscheinlich auch noch Jean-Pierre bei Bayern es ist jetzt so ich habe nur ein Jahr gespielt mit ihnen bei Bayern München aber von den restlichen Erfolgen Jean-Pierre war Europas Fußballer des Jahres war in Frankreich der absolute Superstar Torjäger Wahnsinn der Jürgen Weltmeister Europameister Lothar dasselbe also da wird mir nicht so schnell kein anderer einfallen wenn ich ehrlich bin Wer war bei Bremen dein liebster Zuneigung weil er jetzt noch mehr Respekt gegeben hat weil er gesagt hat es sind super weil ihr müsst die Arbeit für die zwei Wahnsinnigen mitmachen und durch das war das Klima innerhalb der Mannschaft schon sehr sehr gut Windenrufer habe ich jahrelang gespielt Bernd Hobbsch habe ich sehr gut haben wir nicht also jetzt auch sehr sehr viel aufzählen Einer fehlt der schickt dir jetzt auch eine Botschaft Ailton Jesus Hallo Andy Andy Herzog wie geht es dir mein Freund Kugelblitz du weißt das ich habe eine super super Zeit mit dir zusammen Spiel in Bremen eine mega mega Saison mit dir mit Claudio Pizarro du bist ein guter guter Fussballer toller Mann geiler Typ und natürlich mit deinem linken Fuß und ich spiele auch du bist ein super Mittelfeld ich habe einen sehr sehr guten Spaß in Bremen zusammen gespielt und bleib gesund schöne Grüße auch Familie Andy nicht so viel Nutella essen du weißt das du hast viel Nutella Essen in Bremen nie so viel Essen Ailton Ailton ein ganz besonderer Typ oder? Nein ganz ein netter also ganz ein netter ich meine er liegt ein bisschen weil mir ist nicht viel Nutella übergeblieben weil der war ja schon vorher dran an dem Boot nein aber wir haben ein ganz ein enges Verhältnis gehabt er ist damals gekommen aus Mexiko im Oktober und bei mir haben wir so ein Freundschaftsspiel gehabt und da hat es 12, 13 Grad und einen leichten Regenhalt und er ist in der Kabine gesessen und jetzt sind ihm die Zähne eingefroren so ein Geburt Junge was ist los mit dir was machst du erst im Dezember oder im Jänner wenn es den Minusgrade hat und er hat am Anfang einen ganz schweren einen schweren Start gehabt und ich war halt schon weil er in der Schule ein bisschen Spanisch gelernt habe habe ich mich schon angenommen und wollte ihm halt helfen weil ich halt auch irgendwie ich meine ich bin jetzt ein Österreicher bin kein Brasilianer aber von der Spielweise her so von dem verspielt sein ein bisschen verrückt sein sind wir schon auf einer Wellenlänge gelegen und im Endeffekt glaube ich schon dass er für mein Spiel auch wichtig war weil dem hast du die Bälle blind Fiere schießen können der hat den Knack eingezogen er hat ja gar keinen Knack gehabt er ist halt losgegangen ist den Gegner davongelaufen und durch das war es für mich als Mittelfeldspieler natürlich schon cool mit so einem Spieler zusammenspielen wenn vielleicht einmal Pass zu weit war der nicht perfekt war aufgrund seiner Schnelligkeit hat er den trotzdem noch erlaufen können und jetzt ist ja der Felix magert auch bei der Mirawaka wegen Flyalarm der Mirawaka und er war unser Trainer da muss ich jetzt eine Geschichte erzählen nicht dein Lieblingstrainer nein nein wenn es der Felix erzählt damals war ja Coca-Cola und Schokolade absolut verbönt und wir haben aber eben den Schweizer Raphael Wicke gehabt der hat immer aus der Schweiz super Schokolade mitgebracht und wir haben gehabt so einen ganz kleinen Raum mit einem Eiskasten drinnen da war Coca-Cola drinnen und eine Schokolade das habe ich aber ehrlich gesagt nicht gewusst bis der Eilton gekommen ist und in dem Raum war auch noch so eine Fango-Maschine drinnen Fango ist so eine warme Erde wenn du ein bisschen eine Muskelverletzung gehabt hast hast du halt so die Erden draufgekriegt also das war ein ganz kleiner Raum und nach dem Training kommt der Doni ich habe immer Doni zu ihm gesagt jetzt kommt der Doni und sagt Andi Buena Coca-Cola Buena Chocolata sag ich wo ich glaube der will mit mir dann irgendwo hingehen essen hat er gesagt nein komm 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 sind wir in das kleine Kammerl haben uns zugesperrt der Trainer ist draußen hin und her geredet und wir sind drinnen gestanden mit Coca-Cola mit Schokolade das war für uns so für den Kopf wahrscheinlich für die für die für die Glückshormone war das extrem wichtig zu der Zeit mit wem aus deiner Bremenzeit hast du heute noch Kontakt? ja mit André Widener das war mein Zimmerkollege wie gesagt Marco Bode sehr oft Windenrufer der ja in Neuseeland lebt und relativ weit weg ist aber das war auch irgendwie ein Verrückter oder? ja naja der war der war der Verrückteste weil der hat immer nur gesagt ich verstehe nicht ihr Deutschen seid immer nur 100% so ihr müsst euch ein bisschen den Spaß haben am Fußball ein cooler Hund ja aber war ein super Spieler war auch einer der Besten mit dem ich zusammen gespielt habe kann man sich eigentlich nicht vorstellen weil ich bin nach Bremen gekommen und war auch einer der Lieblingsspieler aller Zeiten von Otto Rehagel sagt der Otto heute noch und ich mir dachte es gibt es ja nicht Neuseeländer da kommen Brasilianer da kommen Deutsche Franzosen oder Spanier da sollen Neuseeländer so gut kicken können aber er hat mich eines Besseren belehrt also das war wirklich ein Fantastik legendäre Elfmeterschütze auch ja nicht nur wegen die Elfmeter aber er war absolut kompletter Stürmer diese zweite Bremenzeit war erfolgreich aber nicht mehr so erfolgreich wie deine erste Bremerzeit woran lag das? na zuerst einmal dass der Otto Rehagel weg war weil dann ist auch die Mannschaft diese erfolgreiche Ära die acht oder zehn Jahre mein Otto auch so war ist halt dann mein Wechsel von Otto zu Bayern München ich bin dann zurückgekommen dann waren neue Trainer Dixi Törner Wolfgang Sittger wir sind meistens immer noch in den Europapokal rein also in den UEFA Cup im Pokal waren wir das eine oder andere Mal erfolgreich aber erst ab dem Zeitpunkt wo der Thomas Schaaf dann wieder gekommen ist hat man gesehen dann entwickelt sich langsam was also vor allem mit der Verpflichtung von Elton nach ein, zwei Jahren wo er explodiert ist und mit Claudio Pizarro ist Werder dann wieder haben wir wieder zwei Spieler gehabt um die uns eigentlich die Liga schon beneidet hat wer war der Trainer in deiner Karriere mit dem du am besten nicht zusammengearbeitet hast ich meine im Endeffekt bin ich schon mit jedem Trainer irgendwie gut zurechtgekommen dass es mit einem oder anderen einmal eine Meinungsverschiedenheit ist klar aber vielleicht spielst du an an Felix Magert das war aber jetzt nicht weil er war als Trainer schon ein extrem gutes Fachwissen er war ja ein absoluter Top-Fußballer Weltklasse-Spieler aber er war halt der Satz Qualität kommt von Qual war auch beim Training immer vorhanden und das war halt schon bei den Trainings eine sehr sehr harte Zeit Hat dich eigentlich jemals erfahren dass du irgendwie als Kapitän auch daran beteiligt gewesen sein sollst dass er dann irgendwann gegangen wurde bei Werder Bremen? Nein, das war einfach so die ganze Situation dass es schwierig war er ist ja gekommen da waren wir letzter oder vorletzter hat uns gleich nach oben geführt dann waren wir wieder siebter und dann im Frühjahr ist es wieder bergab gegangen und dann hat Werder Bremen einmal wieder die Reißleine gezogen und waren schon das eine oder andere Diskussionen wieder mit mir die habe ich fast mit jedem Trainer gehabt also ich muss wirklich ein komischer Spieler gewesen sein Auch mit Otto Rehagl? Habe ich auch gehabt, klar Der hat dich 92 zu Werder Bremen geholt und damit deine große Karriere irgendwie auch richtig durchstarten lassen Es gab schon einige Jahre vorher einmal Kontakt mit ihm Wie war das? Naja, zweimal hat es Kontakt gegeben Das erste Mal war so war ich der Shootingstar in Österreich bin ein bisschen kritisiert worden dann zum ersten Mal bin so in ein kleines Loch rein oder ein größeres Loch reingefallen ist ja vollkommen wurscht und auf einmal kommt am Abend habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und ein Anruf Otto Rehagl Hallo Andreas Junge und hin und her und er verfolgt mich schon und es taugt ihm so wie ich spiele und vielleicht er wird mich weiterverfolgen vielleicht dass ich für den Werder mal interessant sein könnte und ich bin natürlich auf einmal wenn mich der Trainer anruft bin ich gleich wieder gewachsen und habe gedacht der Wahnsinn alle Probleme die ich gehabt habe waren wie weggeblasen und Jahre später habe ich gehört dass der Josef Hickersberger der unter dem Otto Rehagl bei Kickers Offenbach gespielt hat hat den Otto Rehagl angerufen und hat gesagt okay Otto weißt du was könnte das dir mal gefallen tun wir haben da einen guten Jungen ich bin Nationaltrainer wir haben da einen guten Jungen Spule in Österreich der hängt aber gerade ein bisschen der hat kein Selbstvertrauen könnte das den ein bisschen aufbauen also war das eigentlich alles initiiert vom Josef Hickersberger nachher muss ich natürlich dankbar sein und der zweite Kontakt sensationeller Psychologe richtig richtig Mentaltrainer damals schon Anfang der 90er Jahr und der zweite das war aber dann schon konkreter da habe ich mir was weiß ich war das der Winter davor oder zwei Jahre davor habe ich mir die Bänder Seitenband gerissen im Knie bin operiert worden und da ist dann auch Kontakt gekommen so auf die Art ich soll knallhart trainieren weil der Otto will mich nach Bremen holen und das hat mir natürlich in der langen Reha Zeit auch noch mal einen extremen Push gegeben und dann paar Monate später war er auch im Stadion zuschauen habe ich mich mit ihm nachher in einem Hotel in Wien getroffen und dann ist auch der Transfer perfektioniert worden War er irgendwie so auch ein sportlicher Ziehvater für dich? Ja schon ich meine er war er war schon er hat genau gewusst wen er holt er hat meine Stärken und Schwächen in- und auswendig gekannt ich bin am Frankfurter Flughafen einmal getroffen da hat es geheißen ich soll nach Frankfurt kommen weil er will mit mir ein paar Sachen besprechen hin und her und dann komme ich dort gehe so durch und gehe durch mit Anzug und Krawatten was ich eh has du wirst ja wissen weil ich sitze ja fast nicht mit Krawatten im Sky-Studio meine Mutter hat gesagt nein Andi musst du schön ausziehen weil wenn du da erst einmal hinkommst musst du nicht gehe so durch durch den Flughafen und ich denke mir das ist doch der Otto Rehagel und eine Frau steht daneben und ein anderer Mann war ein Spielerberater auch und ich gehe hin und denke mir dann muss zuerst einmal der Frau Rehagel Hallo sagen und sage Hallo ich bin der Andi und sie sagt ja Hallo Andi wie geht's dir denn sage ich ja ganz gut danke und sie lasst die Hand nicht aus und sagt Junge bist du schnell sage ich naja der schnellste bin ich nicht na bist du wenigstens kopfballstark naja kopfball kann ich auch nicht aber doch scheiße ich bin natürlich mit der Herr Rehagel begrüßt und kann schon wieder heim fliegen und da war aber so die Situation wo sie schon einmal ein bisschen den Charakter ausgetestet hat ob ich da ehrlich bin oder ob ich ein bisschen übertreibend hätte und so und er hat aufs Sportliche geschaut und sie war bei jedem Treffer immer dabei bei Neuverpflichtungen weil sie den Charakter von neuen Spielern testen wollte ob der da dazu passt 92 warst du Fußballer des Jahres in Österreich bist dann zu Bremen gegangen bist im ersten Jahr gleich Meister geworden mit Werder Bremen war das das Jahr in dem man den besten Andi Herzog aller Zeiten gesehen hat ja es war natürlich für mich am Anfang war ich der Schluchtenscheißer weil wenn du aus Österreich kommst nach Deutschland und wir im Deutschen haben damals nicht so viel Respekt gehabt dann sind wir Meister geworden ich bin Zweiter geworden bei der Fußballer des Jahres weil in Deutschland war zum ersten Mal eigentlich hätte ich das gewinnen müssen aber das war für die Deutschen natürlich eine Katastrophe gewesen wenn ein Österreicher der erste Ausländer ist der in Deutschland Fußballer des Jahres wird Fußballer des Jahres wurde Andi Köpke ein Torhüter Andi Köpke ein Torhüter genau und da war dann auch die Siegerehrung und der Otto Rehagl hat mir verboten dass ich zu der Siegerehrung vom Kicker hinfahre weil er gesagt hat das ist eine Sauerreihe einmal hätte ich gewinnen müssen und ich soll dort nicht hinfahren dann bin ich nicht hingefahren haben sie mich zerrissen dann danach weil der Erste war der die Siegerehrung irgendwie verweigert hat hat ja keiner gewusst dass man es der Otto verboten hat aber wurscht und er war halt schon ein Trainer der hat mich geholt und dann habe ich mir gedacht ok jetzt komme ich nach Deutschland jetzt muss ich Rennen kämpfen und hin und her dann bin ich beim ersten Training einmal reingerutscht und hätte eigentlich nur einen Spieler erwischt und bin so seitlich vorbei hat er abpfiffen und habe gesagt so Jungs das habt ihr gesehen das kann er überhaupt nicht Junge was machst du so einen Blödsinn ich habe dich geholt fürs Fußballspielen für das, das, das für den Reingrätschen habe ich den Dieter den Mirko den Didi und hin und her das war für mich natürlich schon ein Zeichen dass ich mit meinen Stärken dort spielen kann und das war sicher der Hauptgrund warum ich dann im ersten Jahr gleich richtig durchstarten habe können also ich bin von Schluchtenscheißer in Österreich zum Alpenmaradoner geworden und das innerhalb weniger Monate innerhalb eines Jahres und auf das bin ich schon stolz Du hast dann mit Werder Bremen auch Champions League gespielt große Erfolge gefeiert an welche Zeit erinnerst du dich ganz besonders gerne? Naja schon das erste Jahr das war klar also wenn du nach Deutschland kommst und am Anfang habe ich halt schon mir gedacht pf da wird alles es war ja auch so die ersten Spiele waren nicht leicht für mich weil einfach alles viel schneller gegangen ist aber dann mit meinen ersten Erfolgserlebnissen habe ich jetzt einmal da vorbereitet ich kann mich erinnern wir haben in Hannover gespielt im Europapokal weil da war Werder Europapokal der Pokalsieger und Hannover war deutscher Pokalsieger und dann sind wir in der ersten oder zweiten Runde gleich gegeneinander im Europacup der Pokalsieger zusammengekommen als Gegner und habe einen super Pass zum Winden Ruffer gespielt und der ist zu mir gekommen und hat gesagt Junge du weißt gar nicht wie gut du bist und das war für mich so ein Zeichen wo ich mir dachte das sagt man der Winden Ruffer der die letzten Jahre einer der Topstürmer war in der deutschen Bundesliga und das hat mir dann schon ein Selbstvertrauen gegeben das war die Anerkennung die du als Kreativer schon brauchst gut also ich höre heraus du bist immer dann am besten wenn du viel Wertschätzung erfährst nein brauchst du also du brauchst nicht die Akzeptanz ich war immer von meinen Mitspielern abhängig weil wenn sie dich akzeptieren und sie wissen wenn sie dir den Ball hinspielen und du machst was Gutes damit dann hast du viel Ballkontakte dann kannst du gut spielen wenn ich jetzt nicht die Akzeptanz gehabt hätte und sie hätten rund um mich gespielt so wie es teilweise bei Bayern war dann kannst du als individueller Spieler natürlich nicht so gut sein ein Defensivspieler gewinnt seine Zweikämpfe er rutscht rein hin und her von einem Andi Herzog ist halt erwartet worden dass er irgendwie ein Dribbling macht einen super Pass irgendwas Außergewöhnliches und da bist du halt schon von deinen Spielern auch in gewisser Weise Mitspielern dann abhängig schon in der Zeit warst du natürlich auch immer wieder dann im Gespräch bei anderen Klubs und wir haben heute schon einige Male über ihn gesprochen jetzt hatte er eine Frage an dich Hans Krankel ich muss dir jetzt eine Frage stellen Andi ist es wahr dass du ein Angebot vom FC Barcelona hattest in der Zeit als Johann Kräuf Trainer war bei Barcelona ist klar dass Barcelona jetzt irgendwie vorkommen musste bei Hans Krankel nein ich weiß nicht ich habe keinen persönlichen Kontakt wir haben gespielt damals mit Werder Bremen das Supercup Finale das europäische Supercup Finale also Barcelona war damals glaube ich Champions League Sieger dann Werder Bremen war Europa Pokal der Pokalsieger und da habe ich halt schon einen super Lauf gehabt in Deutschland und dann fliegen wir nach Barcelona runter das Hinspiel war 1-1 in Bremen das Retourspiel haben wir schlussendlich 2-1 verloren aber beim Hinflug nach Barcelona ist in der Bild-Zeitung gestanden Passer holt Pitsch also Herzog ich war der Pitsch Vorleger und der Bernd Hopsch war der Patsch der hat die Tore geschossen Pitsch und Patsch und Herzog Barcelona holt Pitsch Villa am Meer Ferrari und 1,5 Millionen Mark netto damals Jahresgehalt und das ist der Otto Rehagl ist von mir in der Maschine im Flugzeug gesessen und hat mir die Bild-Zeitung gesagt Junge was ist Sie haben mir noch gar nichts erzählt und ich habe das gelesen und war natürlich stolz wie Hugo leider haben wir dann ein Problem gehabt dass beim zweiten Spiel unser Tormann nach 10 oder 12 Minuten ausgeschlossen worden ist ein Mann weniger in Barcelona damals Johann Kräufe Trainer ähnlich wie Guardiola Ballbesitzspiel also das war damals die Zeit mit Ronald Koeman Ronald Koeman Christus Deutschkopf Romario glaube ich und da rechts außen Gold Kocet also die haben Fußball Kero die haben Fußball spielen können war Wahnsinn und ich habe ungefähr 5 Bälle berührt im ganzen Spiel es war wie ein Waldlauf ein 90-minütiger Waldlauf überhaupt keine Aktion gehabt und dann ist das Interesse weil ich halt nicht gut gespielt habe dann ist nie wieder was gekommen aber vorher war ich in aller Munde also es war kein konkretes Angebot bei mir zumindest nicht aber ja was zeigt schon deinen Stellenwert damals im europäischen Fußball Sie haben danach geholt den Ronald Witschke Richard Witschke ähnlicher Spielertipp wie ich auch Linksfuß also das könnte ich mir schon vorstellen und der Johann Kräufe hat auch vor dem Spiel immer in den Interviews ein bisschen positiv über mich geredet aber wie gesagt also nach dem Spiel ist auch dann der Rehagl bei der Pressekonferenz angesprochen worden auf meine Leistung und über meinen Wechsel vielleicht zu Barcelona und er hat gesagt nein wenn er so spielt wie heute soll er sich einen Trabi kaufen aber keinen Ferrari das hat viel über viel über die Situation ausgesagt und ich war aber nicht einmal unglücklich weil die Zeit in Bremen war schon fantastisch wo stell dir vor du wärst der zweite Österreicher nach Hans Krankel bei Barcelona gewählt ein Torschützenkönig so wie er wäre aber glaube ich nicht geworden das wäre sich möglicherweise nicht ausgegangen das wäre sich nicht ganz ausgegangen diese Europa Cup Schlachten mit Werder Bremen die waren ja auch legendär war das vom Niveau her noch einmal etwas anderes als in der deutschen Bundesliga und vielleicht auch in der Nationalmannschaft Ja Werder war ja schon als Mannschaft bekannt ich glaube wenn wir im Februar im Februar wenn wir im Freitagabend gespielt haben bei Regen waren es glaube ich waren wir 14 Jahre oder was ungeschlagen also das war so ein eigenes Flair im Weserstadion ein Regen den Gegner hat es wahrscheinlich keinen Spaß gemacht oder war jetzt nicht so ein ideales Wetter und wir waren das halt gewohnt und da sind wir über uns hinausgewachsen und da waren ja doch teilweise jetzt nicht nur mit mir sondern auch davor Ergebnisse im Europapokal wo Werder zwei, drei Tore Rückstände aufgeholt hat und so richtige magische Nächte im Weserstadion und wir haben halt auch ein paar davon erlebt das war eine richtig coole Zeit Hast du heute noch Kontakt mit Otto Rehagl? Ja, ja jetzt wie ich noch in Israel Nationaltrainer war bei der letzten Auslosung eben jetzt wieder zur Nations League habe ich ihn wieder getroffen und das ist eine richtig schöne Zeit wir reden fast immer wieder das Gleiche über die alten Werder Zeiten und lachen immer noch wie jedes Mal aufs Neue also wie gesagt ich schätze ihn jetzt nicht nur als Trainer gar keine Frage aber als Menschen und er hat auch immer gesagt Burschen wenn man mal wenn er nicht mehr unser Trainer ist und wir nicht mehr spielen in 20 Jahren wenn die Karrieren vorbei sind und wir treffen uns und wir freuen uns wenn wir uns sehen und wir gehen auf einen Kaffee und lachen über die alten Zeiten ist das eigentlich für einen das Schönste was es gibt das zählt wahrscheinlich mehr wie jeder Titel den er als Trainer geholt hat und das sehe ich als Trainer ähnlich klar will es Erfolg haben aber ich will meine Spieler auch mit bestmöglichem Respekt behandeln wenn ich sehe es ist ich geben für den Fußball und für mich halt auch alles mit der Art und Weise wie er es angelegt hat könnte er heute auch noch erfolgreich als Trainer arbeiten er ist mittlerweile 82 also es wäre schwer die Zeiten haben sich schon geändert das ist ganz klar also er ist ja schon er war ja schon der Alleinherrscher in Bremen und wenn es da jetzt teilweise heißt wenn es bei Vereinen in Deutschland gibt drei Kaderplaner einen Sportdirektor einen Vorstandsport und du bist der Trainer und du darfst nur Johann Amann sagen weil dir die Kaderplaner irgendwelche Spieler zusammenkaufen wo du vielleicht gar nicht so den Einfluss hast das hätte es bei Otto Rehagel nie gegeben weil der hat jedes Jahr nur zwei maximal zwei neue Spieler geholt die haben genau richtig reinpassen müssen und so hat das auch funktioniert ich denke es würde heute auch noch funktionieren aber der Fußball hat sich ja von Fußball ein bisschen ins Business weiterentwickelt leider und durch das sind solche Arbeitsweisen wie der Otto heutzutage sehr sehr schwer aber wahrscheinlich trotzdem noch besser für den einen oder anderen Verein ist er trotzdem ein Vorbild für dich als Trainer als Mensch ja das schon vor allem wie er der Mannschaft zusammengesetzt hat wie ein Baselwerk jetzt nicht von taktischen oder von Trainingslehre hin und her das war schon ein einzigart umsonst hat er nicht überall die Erfolge gehabt Kaiserslautern zweite Liga Meister aufgestiegen sofort Meister mit Kaiserslautern in der ersten Liga mit Griechenland Europameister also wenn da einer sagt dass der als Trainer nicht irgendwelche Ideen gehabt hat die er zu vollgeführen ist er ein bisschen gedeppert Andi wenn du dir es aussuchen könntest würdest du wie der Teamchef gerne sein oder wäre es jetzt einmal an der Zeit einen Club zu trainieren Nein ich wäre total offen für einen Club wie gesagt das ist bei mir immer so ich möchte eine coole Herausforderung wo ich schon weiß okay da kann ich was bewirken das muss jetzt nicht ein absoluter Top-Verein sein aber es müssen Gegebenheiten sein wo es ja gehe ich kommen und kann mit meinen Ideen auch arbeiten und das auch versuchen umzusetzen ob das jetzt eine Nationalmannschaft oder ein Verein das wäre für mich jetzt kein Problem Es gibt das Gerücht Peter Stöger ist nur deshalb jetzt Austria den er weil du abgesagt hast Das muss den Peter fragen das weiß ich nicht Er ist ja nicht da ich kann nur dich Ich habe ihn jedenfalls danach angerufen und habe gesagt Peter das ist das Beste für die Austria dass du jetzt auch der Trainer bist weil er einfach in den letzten Jahren als Trainer einen fantastischen Job gemacht hat und ich denke er wird auch mit der Austria auch wenn es richtig schwer wird gar keine Frage aber er wird da sicherlich wieder den Erfolg einleiten für die nächsten Jahre Gut aber ehrlich wir sind ja unter uns War es für dich ein Thema Austria Trainer zu werden heuer? Nein ich bin mit ihm einmal getroffen weil einfach die Pläne die ich in Zukunft habe und über Fußball zu diskutieren und dann hat er mich schon auch gefragt ob ich mir Austria vorstellen könnte aber für mich ist es einfach so ich schätze ihn Peter irrsinnig von seinem Charakter her und auch von seinen fußballerischen Fähigkeiten oder als Trainer dass es für mich oder für uns glaube ich eine coole Geschichte wäre wenn wir in Zukunft einmal was miteinander machen könnten was auch immer wird man sehen das wird man schon sehr gefallen Aber nicht bei der Austria oder wie? Das weiß ich nicht nein wie gesagt bei der Austria dann weiß ich jetzt schon was passiert eben also hast du es irgendwie nicht übers Herz gebracht zu den Violetten zu gehen als Grün oder wie? nein ich habe mit ihm ich habe mit ihm das Gespräch gehabt und man sieht ja jetzt dass der Peter Stöger bei der Austria Trainer ist ich wünsche ihm wirklich alles Gute auch wenn die Rapid Fans jetzt vielleicht ein bisschen sauer sind ich wünsche der Rapid auch alles Gute ist ganz klar aber jetzt persönlich ihm Peter Stöger wünsche ich natürlich einen richtig guten Erfolg bei dem Thema bist du irgendwie nicht so gesprächig wie bei den alten Schichten da bin ich ein bisschen gemischt hat unfassbar nein mir gefällt es einfach dass der Peter auch wenn er weiß dass ich ein Rapidler bin dass er mir trotzdem das Vertrauen und den Respekt gegenüberbringt dass ich überhaupt in Frage kommen könnte bei der Austria Trainer zu sein das zeigt mir ja dass mich er auch mit meiner Idee als Trainer schätzt und das ist für mich einfach schon eine schöne Geschichte gewesen was früher oder später mal passieren wird kann ich da nicht sagen was jetzt noch kommt ist auf alle Fälle noch eine Frage und zwar von jemandem der irgendwie auch so ähnlich spricht wie du Servus lieber Andi hier ist dein alter Ego der zweite Herzog von Österreich quasi kennt man es ja ja wir haben uns ja in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund der Tatsache dass ich dich ja immer wieder mit meinen Parodien sanft aber doch ein bisschen durch den Kakao ziehen durfte und damit auch ein bisschen zum Lachen bringen durfte ein bisschen näher und ein bisschen besser kennengelernt und jetzt weiß ich ja dass du ein Mensch bist der nicht nur über sich selber sehr gut lachen kann sondern generell mit einem sehr sehr feinen Humor gesegnet bist und jetzt wollte ich dir einfach fragen und wollte diese Gelegenheit nützen in diesem Podcast um dich zu fragen ob es deiner Meinung irgendwas gäbe was an der Parodie von mir an deine Person zu verbessern wäre oder sagst du nein das passt eigentlich trifft er das hundertprozentig also genauso wie der Red tritt eigentlich an das kann man lassen wie sie ist ich freue mich von dir zu hören alles Liebe tschau umzugehen war jetzt nicht so einfach aber dann so nach 10-20 Sekunden bist du einfach drinnen und lachst auch drüber und so wie er sagt es ist ja schon relativ sanft bei mir also er verarscht mich zwar ein bisschen aber das gehört dazu man muss über sich selber lachen können aber er macht das richtig richtig gut das Einzige was halt ist ein bisschen an einem Aussehen müssen da arbeiten das habe ich eh gerade gesagt ja aber ernsthaft wenn du irgendeine Ausrede bräuchtest also der könnte sogar deine Frau anrufen oder und die würde nicht merken dass es nicht du bist muss man mal ausprobieren ist eine gute Idee danke das machen wir jetzt einmal na schon du bist seit mehr als 20 Jahren mit Kathi verheiratet seit wie vielen Jahren seit wie vielen Jahren zusammen seit 1990 oder 91 ihr habt zwei Kinder 90 oder 91 kannst du es bitte schneiden nein zwei Kinder Luca und Louis der Luca wird jetzt im Oktober 13 der Louis ist jetzt im August 10 geworden spielen beide bei der Atmira und ich bin ein Papa der einem gerne zuschaut vielleicht das eine mal ein bisschen ein oder andere mal ein bisschen zu ehrgeizig ist das andere mal nehme ich es wieder entspannt weil man denkt sei doch relaxed ich meine jetzt war ich Nationaltrainer habe auf der Outline bei jedem Länderspiel 180 Blutdruck und Puls gehabt und jetzt schaue den Kindern zu und lasse einfach ein bisschen Spaß haben hat einer der beiden dein Talent? ich will das jetzt gar ich will auch gar nicht dass sie mit mir irgendwie verglichen werden ich glaube schon dass beide talentiert sind aber du weißt ja wie es ist man muss sich auch innerhalb einer Mannschaft richtig durchsetzen lernen und sie haben schon beide auch irgendwie mal naturell und ich habe halt das eine oder andere gut kennen und genauso ist es bei ihnen sie kennen das eine oder andere gut und dann ein bisschen so das Bayern München-Syndrom müssen sie ablegen sie müssen zu Hause sollen sie die bravsten Kinder sein beim Fußball sollen sie ein bisschen gefraster sein das ist natürlich nicht möglich das hat mir meine Frau letztens vor Augen geführt sagt sie du willst eigentlich dass sie zu Hause so brav sind und musst da Kinder sein und beim Fußball erwartst du von ihnen Dinge die es gar nicht geht weil wenn sie brav sein sollen können sie es nicht irgendwie wie umstehen also da muss ich selber noch ein bisschen an mir arbeiten und lernen Andy wie ich weiß du bist Familienmensch durch und durch du hast mit vielen Fußballern gespielt in deiner Karriere bei denen gab es viele Geschichten bei dir gab es das nie gab es die tatsächlich nie oder sind die nur nicht an die Öffentlichkeit gekommen? Nein, ich glaube das ist für mich jeder hat andere Interesse und für mich war das jetzt nicht so so ausschlaggebend dass ich irgendwo in der Nacht fuhrt gehe ich war der Erste gewesen die haben öfter gesagt ich will wieder heim es wird zu laut es rauchen zu das Trinken das Trinken hat mir auch nicht so geschmeckt also jetzt können die Leute sagen ich bin heilig der Alex Christ der will sagen nein, der Herzerl ist scheinheilig also lassen wir es wie es jeder will Andy, besten Dank für ein interessantes Gespräch alles Gute für deine Zukunft ich hoffe du bekommst nicht so bald einen Trainerjob weil das heißt dass du dich auf Sky konzentrierst Pader purer Stress bei Sky Experten ich mache es sehr, sehr gerne danke vielmals für die Einladung ich hoffe, dass ich nicht zu viele Skandale wieder heraufbeschworen habe aber ich bin halt so wie ich bin ich denke Authentizität ist für mich schon ein ganz wichtiger Aspekt und so möchte ich bleiben und das ist schön so danke Andy danke und so es ist das Dance